Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben acht Folgen The Penguin geschaut und dazu jeweils ein Recap aufgezeichnet. Beziehungsweise haben das jetzt vor, denn es liegt hinter uns das große Finale der ersten und vermutlich auch letzten Staffel von The Penguin. Die ist der Spin-Off-Serie zu dem Matt Reeves Batman. Eine Serie, zu der man viel sagen kann, das haben wir auch wirklich über diverse Stunden jetzt auch schon getan. Wir hatten wieder die Gelegenheit, die achte Folge des großen Finale vorab zu sehen. Und wir haben festgestellt, dass wir auf jeden Fall sehr viel zu besprechen haben. Unfassbar fucking viel. Moinsen Heiko, moinsen Maurice. Hallo. Moin, moin. Ich bin der Andi und ich freue mich tierisch, dass wir jetzt hier über dieses Finale sprechen dürfen, was ich wirklich so etappenweise ein bisschen geschaut habe. Ich habe so ganz am Ende die letzte Viertelstunde, die hatte ich jetzt noch gerade vor mir, die habe ich gerade ganz frisch gesehen. Mit den ganzen shocking Reveals, die da so kommen. Und auch mit Dingen, die wir predicted haben, also konkret der Heiko, die dann auch funktioniert haben. Das schon mal als Teaser. Da waren gute Dinge dabei. Ich habe richtig Bock und ich freue mich auf diese Runde. Leute, mit was für einer Erwartung seid ihr eigentlich, wir haben es in Teilen schon angesprochen, auch in Folge 8 gegangen. Das ganze Ding geht mit übrigens ca. 68 Minuten, auch so lang wie keine andere Folge. Doch, die erste, die war genau so lang. Doch, die war fast genau so lang. Ich kenne auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht den Titel der achten Folge. Der ist uns hier auch noch nicht verraten worden. Lieber Heiko, wie viel Bock hattest du? Ich hatte schon sehr viel Bock, muss ich sagen. Also gerade nach der letzten Folge, also nach der siebten, war ich schon ziemlich hyped und auch sehr gespannt, wie sie es jetzt auflösen und ob sie es wirklich im Endeffekt so konsequent durchziehen, wie sie es eigentlich die letzten, ich weiß nicht, vier, fünf Folgen gemacht haben. Also ich finde ja, die Serie hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, aber dann haben sie so ein Tempo aufgenommen und auch so eine gewisse Qualität geliefert und ich war echt gespannt, ob sie die Landung hinkriegen. Ob sie das machen, das können wir ja gleich nochmal besprechen. Aber ich muss noch sagen, wir haben sie ja alle drei heute erst geguckt und hatten alle drei direkt Bock aufzunehmen, ich glaube, weil wir extremen Redebedarf haben. Aber nachdem die letzte Sekunde der Episode durchgelaufen ist, habe ich hier in meinem Kellerbüro gesessen und habe applaudiert. Also ich habe zumindest einmal richtig laut in die Hände geklatscht. Und ja, wie ging es denn dir, Maurice? Ja, ich habe ja, also Erwartungen, ich war auf jeden Fall heiß auf die Serie, das haben wir ja irgendwie in der letzten Folge ja so richtig gemerkt, dass ja wir im, sag ich mal, der Historie der Folgen immer sehr dramatisch rumgemäkelt haben. Und immer so, nee, das finde ich aber doof und warum ist das nicht so? Und trotz allem hatte man immer mehr Bock. Jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass ja die letzte Folge auch wirklich, also die Stakes hätten ja nicht höher sein können, war ich halt einfach nur sehr, sehr gespannt, wie man das denn auflöst und wie viel davon ein Klischee wird. Weil am Anfang der Serie hat sich ja vieles schon so angefühlt wie, das habe ich alles schon mal irgendwo gehört und gesehen, außer halt in einem Batman-Comic, aber halt in irgendeiner anderen HBO-Serie oder was auch immer. Und ja, wie kriegen sie es halt hin? Und außerdem wird Vic die Serie überleben oder nicht? Die große Frage, die wir uns ja schon von Anfang an gestellt haben. Und ich sag mal so, wir wurden, also ich wurde schon überrascht, auf jeden Fall. Also es war nicht so, dass irgendwie alles bei mir jetzt so war, dass ich so da sag so, ah ja, okay, also diese Geräusche habe ich nicht gemacht. Sondern ich war halt wirklich so, ich habe das ja gestern Abend geguckt und habe euch direkt gesagt, oh bitte bald gucken, weil ich will darüber reden, weil es platzt sonst aus mir raus. Also man hat auf jeden Fall sehr viel Redebedarf nach der Folge und ich hoffe auch, wenn ihr uns jetzt von Anfang an hier zugehört habt, dass ihr quasi jetzt, dass wir euch diese Experience liefern können. Es ist zwar sehr einseitig, aber ihr könnt ja zwischendurch einfach eure Lippen so bewegen, je nachdem, mit wem ihr mehr übereinstimmt, so Andi, mir oder Heiko. Und dann könnt ihr immer so tun willst, ob ihr mitredet. Wir machen einfach Applausometer. Wir spüren das, wenn ihr richtig heftig applaudiert, wenn irgendjemand hier was Gutes sagt. Das sowieso. Das merkt man auch auf dem Discord-Server besonders gut, weil da kann man das anhand von Daumen nach oben spüren. Das ist auch immer gut. Wir sollten so Live-Listening machen, so eine Art Watch-Party, wo man dann halt eben diese Recaps hört und dann können Menschen das währenddessen halt eben, ja genau, applaudieren quasi. Das wäre doch voll die gute Idee. Aber wie war es denn bei dir, Andi? Wie war dein Hype-Level, als du sie jetzt heute geguckt hast? Na, schon ziemlich hoch. Ich kriege ja immer diese E-Mail mit hier, neue Episodes, jetzt steht zur Verfügung und dann teile ich euch das immer unmittelbar mit. Und ich muss sagen, ich hatte schon ziemlich Lust. Wir haben uns im Laufe der letzten sieben Folgen und jetzt eben die achte, habe ich mich persönlich schon auch wirklich recht reingesteigert. Ich wollte dann auch irgendwie alles wissen. Ich wollte wissen, wie die einzelnen Story-Arcs, wenn man nicht mal die einzelnen Story-Aspekte, wie die aufgelöst werden. Es gab Dinge, die sich dann aufgrund auch eurer Darstellung, und das war immer sehr hilfreich für mich, vor allem ihr tatsächlich sehr viel Licht ins Dunkel gebracht habt und auch zeitweise in den Recaps wirklich Zusammenhänge hergestellt habt, die ich so teilweise überhaupt nicht gesehen habe. Aber ich erinnere nur daran, dass sie, die Mutter von Oz, ihr habt letzte Folge festgestellt, dass sie quasi Buchhalterin war. Das hätte ich so gar nicht wahrgenommen. Aber das ist natürlich schon einfach ein Punkt, wenn man das so weiß und wie sie dann beispielsweise in der Story verankert ist, auch mit diesem Typen da, der in jungen Jahren eine Rolle gespielt hat in dem Leben der Familie. Dann sind das alles so Aspekte, da haben mir diese Recaps sehr geholfen und ich war also absolut völlig drin, hatte Bock drauf, wollte wissen, wie es ausgeht, wollte wissen, ob das, was wir predicted haben, auch zusammenkommt, passiert. Auch wie viel Bezug kriegen wir noch zu den Filmen, wie aufgesetzt wirken die unter Umständen auch im Nachhinein. Das sind alles so Themen, die hatte ich schon irgendwie Bock und das war was, das war auch aus der letzten Folge auch schon irgendwie klar. Ich habe spätestens in der letzten Folge auch irgendwie total Lust empfunden an der Kamera, an einzelnen Einstellungen. Ja, ich erinnere an diesen Schuss, Schüsse auf die Brust von Maroni. Maroni. An Cell. Und das fand ich irgendwie cool, ich weiß gar nicht genau warum. Und ich so viel Zeit an der Stelle habe gesagt, es gibt... Wenn du Gewalt liebst, ein bisschen vielleicht. Es gibt an der Stelle in dieser Folge auch wieder verschiedene einfach so kurze Sequenzen, die mir einfach gefallen haben, wo ich zum Beispiel auch mal einmal kurz laut gelacht habe, auch zum Beispiel. Habe ich hier fleißig notiert, ich habe zu keiner Folge so viele Stichpunkte gemacht wie zu dieser. Ja, ich glaube eine Sache, die du gerade schon angerissen hast, ist es einfach, wo ich auch einfach positiv überrascht wurde, ist, dass die Serie keine Folge hat, die man so Bottle Episode mäßig bezeichnen könnte. Weil gefühlt war jede Folge sehr teuer, weil nicht zwingend, weil viele Effekte abgefeuert wurden oder so, sondern weil man sehr professionelle Leute, die ihr Handwerk sehr gut beherrschen, einfach machen lassen hat. Also du hast eben schon so Kameraeinstellungen angesprochen. Ich fand, es gab jetzt auch in der letzten Folge so viele gute Shots und es wurde halt gut geframed, es waren gute Winkel. Also es klingt so doof, aber es gibt halt einfach so in den letzten fünf Jahren oder sagen wir mal zehn Jahren, wo Streaming einfach so sehr schnell dazu führt, dass schnell was produziert werden kann und dann Leute gebracht wird, gibt es halt einfach super viel so. Okay, alles in der totalen, alles in der Nahaufnahme, aber es wird halt nicht irgendwie mit Lichtern oder mit irgendwelchen besonderen Einstellungen gearbeitet und diese Serie hat halt weder sich verkünstelt, das ist ja auch immer so dieses Ding, wo man denkt so, wow, okay, was geht jetzt hier ab, warum ist das so fancy? Zu so, ne, immer an jeder Stelle den richtigen Ton und es hat halt nie den Fokus weggenommen von einer Sache, die auch in der letzten Folge, finde ich, komplett überzeugt hat und das war jeder fucking einzelne Schauspieler, Schauspielerin. Holy shit, also das war so krass teilweise, da ich dachte, das letzte Mal, dass ich, während ich etwas geguckt habe und die Immersion im positiven Sinne gebrochen wurde, also ich wurde rausgezogen aus der Serie, weil ich gedacht habe, wie krass gut ist das gerade gespielt und das ist ja eigentlich auch so was cooles, dass man sich quasi rausgerissen wird, weil es so gut ist, das hatte ich glaube ich das letzte Mal, als ich das erste Mal Game of Thrones geguckt habe oder so, wo man dachte, krass, wie gut die halt so Mittelalter-Fantasy spielen, ohne dass es sich anfühlt wie so eine Herkules RTL 2 Nachmittagsserie, so obwohl es glaube ich in der deutschen Synchro sich manchmal ein bisschen so angefühlt hat. Aber ja, sorry für den Monolog, ich war auf jeden Fall, merkt man, vielleicht ziemlich begeistert und ich bin so begeistert, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie die Folge angefangen hat, Heiko, weißt du das noch? Lass mich mal kurz überlegen, ich glaube sie hat angefangen mit der Hypnose oder diesem psychologischen Flashback, den der Doktor bei der Pinguin-Mama eingeführt hat, oder? Das war dieses Knight Rider-artige rote Licht, was wir nochmal gesehen haben, also Kit hat da mit nachgeholfen und wir haben ja dann rausgefunden, was er gemacht hat, in der letzten Folge haben wir es ja so ein bisschen angedeutet bekommen, dass er damit ihr gearbeitet hat und jetzt sehen wir, was er gemacht hat. Er hat tatsächlich so vergrabene oder irgendwie so vielleicht auch ein bisschen verdrängte Erinnerungen wieder ausgegraben und wir erfahren, ja, dass Pinguins Mama im Endeffekt wusste, was er getan hat und dass sie sich damit mit Rex, diesem Gangster-Boss, von dem wir ja immer noch vielleicht ein kleines bisschen vermuten könnten, dass er der biologische Vater von Oswald ist, hat sie sich auseinandergesetzt, hat ihm das erzählt, dass sie weiß, dass Oswald seine Brüder da eingesperrt hat in die Katakomben und weil sie hat irgendwie eine Taschenlampe bei ihm in der Jacke gefunden und da hat sich halt ein enormer Hass oder eine Ablehnung aufgebaut und im Endeffekt sagt sie hier, das ist mein Sohn, das ist der Teufel, kannst du mir helfen, den loszuwerden? Ich glaube, Rex bietet erstmal an, ja, für so einen Typen wie Oswald, so einen Soziopathen, da gibt es immer Arbeit in meiner Line of Work. Da habe ich Verwendung. Genau, für so einen Typen habe ich Verwendung. Ja, genau, und er erwähnt eine Sache, die auch thematisch dann insgesamt ja auch in dieser Folge und dann rückblickend auf die ganze Serie auch da natürlich wieder aufgegriffen wird, er sagt ja, er braucht immer Leute, die so ein Loch in der Seele haben, die nach einer Vaterfigur suchen. Die kann man nämlich toll manipulieren, die wollen unbedingt, denen ist im Endeffekt die Kohle und alles egal, die wollen ihre Loyalität beweisen, indem sie da einer Vaterfigur oder wie bei Oswald halt der Mutterfigur gerecht werden. Und da kommen wir später nochmal zurück. Aber das fand ich eigentlich eine ziemlich krasse Szene, weil nachdem wir in der Folge 7 ja gesehen haben, wie am Ende irgendwie Oswald und seine Mama da in diesem Club tanzen, eng umschlungen, da wussten wir ja noch gar nicht, was dem vorweg passiert ist. Also dieser eigentlich so eine, eigentlich ein Mordauftrag, die Mutter, die bereit ist, Oswald zu töten, weil sie einfach damit nicht mehr klarkommt mit diesem Kind und der Schuld von diesem Kind. Wie kam es bei euch an? Also ich muss schon sagen, dass ich da tatsächlich überrascht war. Ich hätte jetzt durchaus auch geglaubt, dass sie jetzt ein Leben lang in einer Lüge gelebt hat und dass sie letztlich diesen Eindrücken, die wir ja nach der siebten Folge hatten, geglaubt hat. Dass sie eben davon ausging, dass Os keine Ahnung hatte und dass er nicht weiß, wo seine Brüder sind. Aber sie weiß es ja bis ins kleinste Detail. Sie weiß ja sogar, dass er die Tür abgeschlossen haben muss, was wir so in der Form auch eigentlich gar nicht sehen, glaube ich. Sondern die fällt mir so zu in der Darstellung, wie ich die Szene in Erinnerung habe. Aber dass sie das so lange durchzieht, das ist schon krass, weil man muss sich ja im Klaren sein, dass sie dann auch zu späteren Zeitpunkten, also sie hat das sehr lange sehr toleriert, diese. Mit dem Wissen hat sie ihn trotzdem hingenommen. Und an ihm zu zweifeln und an seiner Motivation zu zweifeln, das muss ein Punkt gewesen sein, den sie mehrfach im Leben gehabt haben muss, bis zu den, ja letztlich dem Beginn dieser Serie. Also das hat mich schon sehr überrascht, dass sie tatsächlich wusste, was los ist. Aber das natürlich auch vermutlich in irgendeiner Form verdrängt hat, zumindest im Alltag. Hat mich doch sehr überrascht. Maurice, wie wirkt das auf dich? Ja, also ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass ich da zu viel vorwegnehme, aber ich fand es halt einfach so krass, dieses Henne-Ei-Problem, literally, oder Pinguinei-Problem bei den beiden. So, wer ist das eigentliche Problem in deren toxischen Beziehungen? Weil wir haben halt irgendwie diese krasse, wir haben in der letzten Folge auch ein bisschen über dieses Freud'sche Oedipus-Ding irgendwie geredet, so irgendwie mit was für Augen Oz seine Mutter anguckt und gleichzeitig aber halt auch mit was für einem Hass sie ja ihm, und wenn man jetzt nochmal über die alten Folgen nachdenkt, ihm immer begegnet ist oder mit was für einer Forderung. Weil die Folge, die letzte, endete ja damit, dass er ihr ja ein Versprechen geben soll, dass er sich jetzt um alles kümmern muss. So, und das wird ja da dann quasi in dieser Szene halt klar. Es gibt so diese, diese finale Entscheidung, die sie halt trifft und zwar, okay, ich will meinen Sohn jetzt gerade abmurksen, aber auf einmal hätte Oz eine Rede, eine Rede, die sie sich, glaube ich, immer gewünscht hätte von einem Partner auf Augenhöhe, und zwar, dass sie halt gesehen wird, dass jemand sie wertschätzt für den Mensch, der sie sein könnte, und dass sie eigentlich alles verdient hätte auf dieser Welt. Und da ist dieser eine Junge, der sowas Böses gemacht hat, der, den sie über alles hasst, weil die anderen Jungs nie so Nidi waren und halt einfach nie sowas Böses getan hätten, aber ausgerechnet dieser eine böse Bastardsohn im wahrsten Sinne des Wortes würde ihr genau das geben, was sie sich insgesamt immer gewünscht hat, und auf einmal beschließt sie, ihn nicht umbringen zu lassen, sondern nimmt ihn quasi in die Verantwortung, als ob er halt seine Schuld bei ihr abarbeiten muss. Was ja dann dazu führt, dass der Pinguin oder der Oswald ab da an für den Rest seines Lebens immer diese Schuld begleichen muss. Ja, ich fand das so krass. Das macht diese Beziehung von den beiden nochmal um wirklich eine ganze Ecke düsterer und auch komplexer. Und das fand ich eigentlich so toll daran, dass es eben nicht irgendwie dann die Mutter ist, die dann nochmal, das hätte es ja auch sein können, dass der Junge da irgendwie sagt, Mama, ich tue alles für dich, ich werde mich darum kümmern, dass du in einem tollen Penthouse leben kannst, und sie dann nochmal irgendwie so ihr Herz erweicht. Aber was ich eigentlich in den Augen gesehen habe, war ja wirklich dieses, ich könnte das jetzt vielleicht doch alles bekommen. Ich kann irgendwie raus aus dem Loch, wenn dieser Junge sich, ich kann den jetzt benutzen, so wie Rex das vorgeschlagen hat. Da ist offensichtlich, ich kann den benutzen als, ja, der hat noch ein Use für mich. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann den benutzen, ich weiß nicht, also zweierlei Punkten krankt das für mich. Zum einen an der Situation, dass sie ja in der einen Szene, die wir sehen, wie sie auf alle drei Jungs aufpasst, das überraschend gut macht. Die ist so, was den Umgang mit den Kindern angeht, was die Interaktion mit denen angeht, was Verständnis zeigen angeht, Liebe zeigen angeht, wirkt die wirklich nicht überfordert. Und auch als alleinerziehende Mutter von drei Kindern, was eine extrem respektable Situation ist. Und auch finanziell, also die leiden jetzt nicht Hunger und wohnen auch nicht in der Gosse. Weshalb ich jetzt einen Atari und einen VHS-Rekorder. Weshalb ich erst mal, ja, Glückwunsch, ist ja gar nicht so schlimm. Stohlen wahrscheinlich. Weshalb ich mir erst mal denken muss, okay, also finanziell, sag ich mal, die Motivation müsste ich erst mal nachvollziehen. Es gibt jetzt keine schlimme Situation, dass sie entfliehen müsste. Und zum anderen dann in die Zukunft betrachtet, hat die Mutter am Ende, das habe ich jetzt in den letzten zwei Ausgaben, glaube ich, schon erwähnt, letztlich in einem Loch gehaust, in einem überschwemmten, alten, aufgebrochenen Ding irgendwo, nirgendwo. Also im doppelten Sinne finde ich das fragwürdig. Also ich glaube schon, dass es denen finanziell schlecht geht, weil die Kids sagen ja auch irgendwie, die kriegt da irgendwie 50 Dollar dafür, dass Rex da die Bücher gemacht bekommt oder Einblick in die Bücher bekommt. Und dann sagt der Junge, der nimmt die total aus. Das sagt der älteste Sohn. Das ist nicht genug Geld, was er ihr da gibt. Und sie hat ja offensichtlich auch niemanden, an den sie sich da erst mal wenden kann, außer diesem Rex. Also die wirkt ja schon isoliert und klar, hat irgendwie, vielleicht ist er auch finanziell abhängig von Rex. Das ist alles nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall hätte sie gern mehr, also träumt auch von mehr und einem anderen Leben. Und dieses, ja, ich hasse eigentlich jetzt mein Kind, mein letztes übrig gebliebenes Kind, weil es meine anderen Kinder umgebracht hat, aber bringe ich den jetzt um oder kann er mir vielleicht, kann ich noch was Gutes rausholen aus der Situation und zumindest diesen Lebensstil bekommen, auch wenn ich dieses grausame Geheimnis mit mir rumtragen muss, dieses offene. Also ich fand das schon nachvollziehbar und ich fand es vor allem wirklich grausam, so psychologisch. Ja, absolut. Aber auch wirklich, dadurch kommt halt so eine Kreatur wie der Pinguin halt am Ende raus. Und das fand ich wiederum eine tolle Herleitung, die ich auch so noch nicht eins zu eins in einer anderen Serie gesehen habe. Also es war ein Zacken komplexer als dieses, ja, der liebt halt seine Mutter, äh, Oedipus-Ding. Das steckt da auch drin und ist auch creepy, aber ich fand es eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, vor allem, wie dann die Folge noch weitergeht, dass im Endeffekt diese, diese Lüge irgendwann ausgesprochen werden muss und sie ja ihren gesamten Hass an ihm ablässt. Später. Ja, und, 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 ich weiß nicht, Andi, ob du so Menschen in deinem Umfeld hast. Ich glaube es ja nicht. Oder ich hoffe es mal für dich nicht. Aber was ich halt so krass fand. Ihre Geschwister getötet haben? Nee, ähm, und zwar geht es mir jetzt um die Situation letztendlich, warum, also wie kommt denn das alles jetzt so raus? Dass halt der Pinguin erfährt, dass seine Mutter eigentlich alles weiß und so. Und zwar hat halt Sophia einfach nur noch ein Ziel. Sie will den Pinguin vernichten. Und zwar nicht, indem sie ihn einfach tötet, sondern sie will halt wirklich, äh, Vergeltung auf vielen Ebenen. So, und das führt halt auch dazu, einfach dieses Mutter-Kind-Band komplett endlich zu brechen. Also diese Lüge, das ist ja alles so sehr psychisch aufgeladen offensichtlich. Und sie genießt es ja auch richtig, während die so sich anschreien. Also die Mutter schreit den Sohn an und so. Ich wusste es die ganze Zeit. Es wird halt Pinguin auch abermals wieder durch das Licht und die Kameraeinstellung spuckt wieder den ganzen Raum voll. Ähm, aber, äh, kennt ihr Menschen, ähm, die, wenn sie lügen, das selber gar nicht mehr begreifen, dass sie lügen? Weil das ist nämlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, als Pinguin halt damit konfrontiert wird, dass seine Mutter das weiß, dass er trotzdem an seiner Lüge festhält und sagt, nee, nee, das ist, war so nicht. Ich war das nicht. Ja. Und meint ihr, dass er in dem Moment das selber geglaubt hat oder ist er, also weil es gibt ja so Leute, die lügen so viel, die können einfach gar nicht mehr die Wahrheit sagen. Und, ähm, ja, wie schätzt ihr das ein? Hm, ja, schwierig, ne? Ja. Palko, mach mal. Ich, ich fand das, äh, auch eine echt spannende Szene, weil ich glaube, dass dieses Bild, dass er möchte, dass er eine Mutter von ihm hat, dass er der eine gute Junge ist, der, 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 er ist ja total abhängig von, von diesem, äh, Approval von ihr, ähm, äh, äh, ich glaube, das ist ihm sogar wichtiger, als dass sie jetzt irgendwie all ihre Finger behält. Also, ob die jetzt einen Finger verliert, ist nicht so wichtig, wie, dass sie, dass er irgendwie in ihren Augen plötzlich ein Monster ist. Das will er auf, auf, um jeden Preis vermeiden, ne? Und, äh, und, äh. Ja, da hat ein großes Shoutout an Andi mit seinem Zigarren, äh, Abschneider, ne? Ja. Da war er, ich hab ihn gesehen. Ich musste an dich denken. Das würde Andi freuen. Ja, aber ist so krass, ne? Also ich meine, es gibt wenige Bindungen, die, die man, also psychologische, soziale, menschliche Bindungen, die als im weitesten Sinne unaufbrechbar gelten. Und gerade die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern und noch konkreter oftmals auch zwischen der Mutter und ihren Kindern, die gilt ja schon in der gemeingesellschaftlichen Wahrnehmung als nahezu unbrechbar, wegen hier bla, blutdicker als Wasser und generell, man macht halt Dinge mit und so. Aber dass wir es hier geschafft haben, dass die AutorInnen es hier geschafft haben, uns glaubhaft zwei Figuren zu vermitteln, von der mindestens eine ihr Kind hasst. Und zwar aus nachverziehbaren Gründen. Das ist schon eine respektable Leistung. Und ich sag mal so, Oswald zu hassen ist eine Sache, die haben wir in den letzten Folgen auch echt gut gelernt. Das ist keiner von den Guten. Wirklich nicht. Und insofern muss ich sagen, Chapeau, das war schon eine tolle Sache. Die haben hier wirklich eine Dekonstruktion und eben einer tendenziell eingefahrenen Beziehung zwischen Mutter und Kind sehr gut auseinandergenommen und den Hass sehr glaubhaft vermittelt. Das muss ich schon sagen, gefällt mir wirklich gut. Allein durch, was für eine Hölle diese Frau gegangen sein muss, das ist ja unfassbar. Grausam war das Wort, das war ein Viel. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und aus dieser Psychofolter befreit er sich ja dann wirklich, nachdem seine Mutter ihm auch noch irgendwie die abgebrochene Flasche in den Wands trammt, was auch wirklich brutal war. Vor allem, weil er halt nicht mal dabei zuckt. Er schreit nicht mal. Er ist so perplex in dem Moment. Und dann aber irgendwie, als sie auch noch hinfällt und irgendwie wahrscheinlich schon ihren, was hat sie, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall? Ein Schlaganfall, ein Schlaganfall, genau. Schlaganfall hat und da hat er dann plötzlich genug Kraft oder findet genug Kraft, um sich da von seinen Fesseln zu befreien und ja, aufzuräumen. Das fand ich schwierig. Das fand ich ganz schwierig. Das fand du schwierig? Ja. Also ich meine, es gibt in dieser Folge mehrere Situationen, wo sich plötzlich das Blatt um 180 Grad wendet. Also wirklich nicht nur eine und das ist wieder so eine. Also das fand ich ganz schwierig, dass da jetzt irgendwelche Kraftreserven freigesetzt werden, weil seine Mutter halt eben offensichtlich am Boden zusammengeklappt ist. Das fand ich schon und dass da auch keine Absicherung ist oder jemand, der mal eben kurz dahinter steht und jetzt einen Schuss in seinen Kopf abgeben könnte oder so. Das fand ich wirklich schwierig. Der hat sich ja richtig, ich habe hier irgendwo den Stichpunkt Superpinguin hingeschrieben. Also das ist wie so ein Superheld, der da letztlich jetzt Vollgas gibt. Und natürlich die Welt. John Pinguin. Ja genau, John Pinguin. Fand ich schon krass. Eine Super-Ausse habe ich gestehen, ja. Ja. Ich fand es aber unbefriedigend. Ja genau, also ich fand durch die Tent, also diese Szene, wie die hochgekocht ist, war so geil, weil die Emotionen ja wirklich so krass explodiert sind und auch abschließend mit diesem Angriff der Mutter auf ihren Sohn, also mit einem Mordanschlag und eine Sophia, die quasi in Ekstase dem zuguckt. Also die hatte, glaube ich, auf jeden Fall da bessere Gefühle, als wenn sie ihren Psychodoktor irgendwie zu Besuch hatte. Und es war halt einfach so ein krasser Moment und auch diese Verzweiflung und Wut und alles. Ich fand die Nahaufnahmen von Colin Farrell in diesem Fatsuit oder dieser Maske halt auch mit den Prothesen. Das funktioniert, oder? Das Schmerz, den er gespielt hat. Das war so krass. Wahnsinn. Und da war ja auch zum Ende der Folge nochmal so eine Szene. Ich war einfach so, boah, holy shit. Und wie er dann da einfach so rausbricht. Da war ich so, ey, ist doch okay. Es ist halt eine Comic-Verfilmung, lol. Nicht wirklich. Ich fand es halt viel geiler, dass er einfach seine Mutter, mir nichts, dir nichts, während er halt einfach eine Wunde im Bauch hat, einfach kurz mal mit die Schulter wirft. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Menschen, der im hohen Alter irgendwie umgekippt ist, versucht habt hochzuhelfen. Und ich kann nur sagen, es ist echt sauschwer. Und der macht das einfach so auf Adrenalin, als wäre er halt wirklich ... Ja, das ist das Wunder von Adrenalin. Ja. Aber ich fand es schon krass, ja. Und auch letztlich unrealistisch, das muss ich mal gesagt haben. Also ich meine, ernsthaft, okay, es ist eine Serie in einem Superhelden-Universum, Menschen schießen und überleben, bla. Aber das war schon auch, muss man jetzt schon auch hinnehmen, dass er da jetzt aus der Situation, dass er Gefangen schafft, wo beide gefangen und geschwächt sind. Er blutet aus dem Wanst um ihn rum, diverse Mafia-Menschen, auch die Mafia-Queen herself. Und dann kommt er da raus und hat genug Zeit, noch in ein Auto einzusteigen und wegzufahren und so. Also da muss man jetzt schon viel schlucken. Und das war diese Szene, wo ich laut gelacht habe. Wo er bei diesem Dude, den wir schon kennen, er ist halt so blissabhängig. War es Bliss oder was waren es die Drops? Nee, nee, das waren die Drops. Und dann sehen wir den, wir kennen das Gesicht ganz kurz wieder und er nimmt Drogen und zack, kriegt er den Headshot. Da habe ich kurz laut gelacht. Ja, das war auch wirklich lustig. Ja, es war halt so dieses Klassische, übrigens, damit niemand fragt, was ist eigentlich aus dem Charakter geworden, zeigen wir kurz, was aus dem Charakter geworden ist. Der so wichtig ist, ne? Ja, dieses filmische Lücken schließen durch Lichtgeschwindigkeit. Ja, also, ne, da hat mal wieder die Serie das Problem, dass sie sich ja selber sehr ernst genommen hat die ganze Zeit davor und halt so Angst hatte, dass da bloß nichts irgendwie abgefahren ist, dass natürlich so eine Szene völlig zu Recht von dir dann kritisiert wird, weil, ne, ich glaube, Heiko und ich haben ja die letzten Folgen, sind wir allen auf die Nerven gegangen, wie, warum ist das nicht mehr wie Heiko? Und dann ist, weil wäre die Serie jetzt ein bisschen mehr, ich sage ganz bewusst nur ein bisschen, ein bisschen wie Gotham, dann hätte man die Szene überhaupt nicht hinterfragt. So, weil da ist halt ein Typ, der schneidet sich ein Gesicht ab und näht sich das wieder drauf, was schon in den Comics all war. Aber, ähm, so, da hätten wir dann einfach, ja, ist ja voll okay und dass der halt auch jemanden, während er seine Mutter trägt, einen perfekten Headshot durch den Kopf ballert. Es ist echt witzig, Andi, dass du das auch nochmal rausgenommen hast, also, dass es dir besonders aufgefallen ist, weil genau bei dieser Szene, bei dieser John-Pinguin-Action-Sequenz, habe ich echt auch gedacht so, ja, das kann ich mir total gut als so ein Pinguin-Standalone-Comic vorstellen. Ja, genau so würden die Sachen auf der Seite aussehen, weil es halt wirklich so ein bisschen mehr die heightened Comic-Action-Welt plötzlich war. hat es viel besser zu Batman für mich gepasst. Ja, also, es hat mir auch sehr gefallen quasi. Also, es war auch so, ich glaube, deswegen sind wir da auch so d'accord, Heiko, weil wir halt beide auch so mehr so, oh, bitte mehr wie Comic sein, uns wünschen. Und genau da war es, ah, jetzt geht's ab. Und jetzt ist halt auch, sind so die Steaks hoch, der Typ sitzt dann nachher irgendwo im Krankenhaus und näht sich selber, in den Tag hat sich seine Wunde zusammen. Das macht man so, ne? Das hat er gelernt. Nur eine Fleischwunde. In der Mafia-Schule. Da war ich auch ein bisschen am Ende der Folge traurig für dich, Andi, dass wir bis heute nicht wissen, warum jetzt Oswald diese Narbe hat. Aber wahrscheinlich, weil er sich ähnlich selber gut wieder, wahrscheinlich war es nur ein Rasiermesser. Das Gesicht getackert nach der ersten Rasiermesser. Sehr gut. Er hat die falsche Seite von dem Regenschirm reingeguckt und dann halt aufgespannt. Und so ist es passiert. Das passiert dem Besten von uns. Und was wir ja, wir haben uns ja letzte Folge gefragt, ey, was war eigentlich mit Vic, Leute? Haben wir ja jetzt gesehen, was da passiert. Denn im Vergleich zu Bruce war der nicht irgendwie Urlaub machen, sondern hat nämlich alle einfach zusammengetrommelt. Also er hat wirklich eine komplette Armee besorgt, was auch ein bisschen weird wieder wirkte, sodass alle Gangbosse zusammen da so auftauchen. Also wisst du, was ich meine? Dass die halt irgendwelche Leute hinkriegen, aber ist das nicht voll gefährlich bei einem Angriff, dass alle zusammenkommen? Aber ja, anscheinend hat die Rede ja gewirkt mit dem Bier. Aber was man da ja auch dann sieht, und das hat man auch, fand ich, nämlich in der einen Folge davor, wo die Triadenbosse und der Leutnant ja vorkommen, was man da ja gemerkt hat, ist, dass dieser Leutnant so ein bisschen findet, dass sein Anführer ein bisschen zu oldschool ist. Und jetzt wird das in der Szene auch nochmal angedeutet. Also das fand ich ganz gut, dass nämlich die Wendung, die ja dann ein bisschen später in der Folge kommt, nicht komplett so ein Asspull war, sondern es wurden so bewusst Brotgruben gestreut. Ja. Weil er geht ja zu Vic und boxt ihm eine rein und sagt ihm halt was nur in seiner Hörweite von wegen, ey Junge, wenn du jetzt nicht die Schnauze hält, machst du dich voll zur Zuscheibe und dann ist eh hier alles vorbei. Und man merkt so, er findet aber eigentlich, dass er recht hat. Und das fand ich ein bisschen cool, dass das da schon angeteast wird. Und ja, es ist ja danach ein ganz interessanter Rippeleffekt, der dann noch auf uns zukommt. Aber da nehme ich schon wieder zu viel vorweg. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Genau. Und dann kommt Vic ins Krankenhaus und hält halt eine krasse Rede. Also er hält eine Oswald-Rede. Du meinst jetzt einen schönen Full-Circle-Moment. Ja. Du meinst jetzt vor der Meute, du meinst vor den Mafiabossen, vor den Autos meinst du jetzt diese Rede. Nee, nee, vor Os, weil Os ja da so durchhängt. Und... Be you, sagt er am Ende, ne? Ja, genau. Zum Aufpfeffeln halt, ja. Ja, aber ich fand halt, was halt ganz cool war, weil ja, das hatte dann noch diesen, das sind ja diese kurzen Charming-Momente von Os und seinem Umfeld immer wieder, dass es kurz herzlich wird und dass dieses Familie-Sein und aneinander-Glauben-Ding, ne? Was ja auch in jedem Anime letztendlich gut verkauft wird. Und das ist so dieser eine Moment, in dem das so durchkommt, dass halt so der Schüler zum Lehrer wird quasi und das halt so anwendet. Und Oswald selber so merkt, ja, okay, das ist halt am Ende ein bisschen theatralisch, aber es hat gewirkt. Und let's fucking go, ich hab nen Plan, weil, was sein Plan ist, das fand ich ein bisschen crazy, wo ich so dachte, okay, ziemlich abgefahren, also die Szene nach dem Krankenhaus, aber okay. Also, vielleicht will ich mit anderes mal reden, weil ich hab so viel Redeanteil hier gerade. Ja, wir springen auch ganz schön vor und zurück und zwischen den Szenen und in der Folge gerade hin und her, weil da einfach so viel drinsteckt, über das wir reden wollen. Ich will einfach, um es mal kurz abzuhaken, noch ein paar Dinge ergänzen zu sehen, die wir eigentlich schon in Teilen besprochen hätten. Mal ganz kurz zurück wieder zur Kamera. Wir haben ganz kurz dieser einen Shot, der mir auch sehr gut gefallen hat, nämlich gleich direkt nach der Titel-Einblendung. Also, wir haben ja den Rückblick quasi in die Vergangenheit mit der Mutter, dann die Titel-Einblendung und dann sehen wir kurz so eine Fahrt, wie wir sie kennen, aus der nackten Kanone, wo die Kamera quasi auf dem Auto oben drauf ist und die bewegt sich so durch die Straßen mit. Ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer, ein bisschen irgendwie anders, aber schon ganz cool. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen, wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Und was mir auch zu den Punkten, die du jetzt gesagt hattest, zu den einzelnen Szenen, nicht nur, dass Vic als Figur offensichtlich hier in der Ausbildung bei Oz gewesen ist und ganz viel auch von ihm gelernt hat, das gibt mir leider so ein bisschen verloren in den acht Folgen, die Zeit und die Vorstellung, also das ist schon eine relativ krasser Charakterentwicklung einfach da drin, von dem schüchternden Typen, der stottert, nicht viel sagen kann und einfach im Zweifel erstmal die Klappe hält, hin zu dem Typen, der vor den wahrscheinlich größten Gangbossen der Stadt steht und denen einen Monolog hält, warum die sich jetzt mal alle zusammenreißen müssen. Das ist schon ein enormer Schritt und ich finde, da hat Vic insgesamt wahnsinnig viel gelernt. Das möchte ich einfach als Charakterentwicklung hier mal festgehalten haben. Finde ich gut. Hätte ich nur persönlich gerne mehr gezeigt bekommen in den acht Folgen. Geht euch das mal? Heiko, siehst du das ähnlich? Ja, also dadurch, dass wir diesen sehr langen Zeitsprung einmal hatten zwischen, ich weiß gar nicht, Folge fünf und sechs, also da, wo das Drogenlabor aufgebaut wurde und offensichtlich irgendwie ein paar Monate vergangen sind und in der Zeit hat sich Vic ja auch ein bisschen verändert. Danach kam dann dieser Mord an, wie heißt der nochmal, Squid? Das war auch nochmal ein einsteinendes Erlebnis, aber jetzt ist er ja komplett auf 100 Prozent auf Orses Linie und ist da ja, da gibt es ja gar nichts, mehr dran zu rütteln. Was ich aber trotzdem in dieser Folge gut fand, war, dass er, als er versucht eben so eine Pinguin-Rede vor den anderen Gangster-Bossen zu halten und es genauso zu machen wie Ors, kriegt er nochmal einen in die Fresse, weil er ist halt nicht Ors. Er kann versuchen, das so nachzuahmen, er ist auf einem halben Schritt dahin, aber er ist noch nicht 100 Prozent auf dem Level und das fand ich wichtig, das auch nochmal zu zeigen. Was er aber kann, ist eben den Pinguin selber zu motivieren und ihm das Gefühl zu geben, dass er halt in seiner Corner ist und er nicht alleine ist und ja, ist ja wirklich unverzichtbar für ihn, würde man meinen. Ja, der kümmert sich auch um den, ich meine, das ist ja auch so eine Art Arc, wenn man so will, was die Beziehung der beiden Figuren zueinander angeht und sie eskaliert ja auch in einer der finalen Szenen darin, wo ich jetzt erstmal nur sagen werde, dass Vic Oz quasi als Familie bezeichnet und das ist ja ein enormer Schritt von dem Typen, der dich entführt und in die Knarre an den Kopf fällt und deine Freunde tötet, hinzu, du bist Familie, das ist ein enormer Schritt und wir merken auch gerade in dieser Episode, wie sehr Victor sich um Oz kümmert, also er will wissen, wo er ist, er ist besorgt, wenn es ihm nicht gut geht, er möchte ihm helfen und er tut das auch wirklich mit vollstem Herzen, das fand ich schon beeindruckend, der ist also zumindest, was das Einseitige angeht, doch schon sehr an den gebunden, gefesselt, was auch immer, das ist schon, finde ich beeindruckend, ist eine Charakterentwicklung, die ich auch mal erwähnen möchte. Da ist auch sicherlich eine ordentliche Portion Stockholm-Syndrom dabei. Ja, vermutlich, ja. Bei den diversen Morddrohungen, die er schon abbekommen hat. Ich finde das ja immer so, wenn man sowas bespricht, man redet ja dann über so Figuren, wie als ob es die echt geben würde, als ob man so Sommerhaus der Stars bespricht, wie sich dann Leute verhalten, aber letztendlich sind das ja alles ausgedachte Figuren. Und ich glaube, was ich da halt einfach lobend hervorheben möchte, ist so, dass das so, am Ende hätte man da auf jeden Fall mehr Zeit reinstecken können und das ein bisschen detaillierter machen können. Aber es war halt an sich immer noch alles so, dass ich nicht so auf einmal dachte, okay, was ist denn jetzt mit der Figur los? Sondern man hat ja diese Bindung zwischen ihm und Oz immer mehr gemerkt mit jeder Folge und auch diese Loyalität wurde ja zementiert durch diesen Drive, nicht Drive-By, sondern Drive-In Attacke von ihm, wo er Oz schon mal gerettet hat und ab dahin wussten wir ja, okay, die beiden sind jetzt verbrüdert und das wäre auch so ein bisschen meine Frage, findet ihr, die haben ein Bruderschaftsverhältnis oder ist das sogar schon Vater-Sohnig? Auch mit den Problemen, die Vic ein bisschen hat, weil das ist jetzt, man muss ja nicht immer alles kategorisieren, aber ich überlege halt immer bei diesen Prozessen, wie halt die Gespräche innerhalb des Teams waren, als man so den Charakter geschrieben hat und als man so gedacht hat, so, okay, was für ein Verhältnis ist das? Also ich finde, Oz tritt schon eher als der große Bruder auf, aber es ist ja auch eine Vaterrolle, die er füllt, also es ist nicht nur die eine Sache und das deckt sich ja auch mit dem, was Rex hier in der Folge gesagt hat, er sucht immer nach den Typen, die im Endeffekt Daddy-Issues haben und Vic hat seinen Vater verloren, es gibt in einer Folge erklärt Oz eben, dass sein Vater irgendwie sein Leben verschwendet hat, indem er irgendwie nur versucht hat, auf der richtigen Spur zu bleiben, also er ist ja schon die neue Vaterfigur, die ihm einen anderen Weg zeigt und die ihm ein anderes Leben ermöglicht und ja, und das ist ja auch ein interessantes Thema, dass sich da, dass da wieder immer wieder aufkommt und jetzt halt klarer wird mit diesem Vorbau, den wir von Rex bekommen haben, dass es halt eine Masche ist, ob das Oz weiß oder nicht, ob er das einfach instinktiv macht, so manipulativ zu sein oder ob das einfach jetzt, ja, geplant war, das weiß man, ist nicht ganz klar, würde ich sagen. Ich versuche die ganze Zeit hier auch parallel zu googeln, ob es irgendein besonderes Merkmal gibt bei der familiären Ausbildung von Pinguinen, also dieses Tier Pinguinen, ob das irgendwie was Besonderes hat, ich glaube, ich habe mal gehört, es gibt relativ viele homosexuelle Pinguine, aber ob es jetzt irgendeine Form von besonderem auffälligen Umgang mit dem Nachwuchs gibt, sowas wie, die essen ihre eigenen Kinder oder so, das habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht finden können, wäre natürlich eine gute Parallel gewesen, aber ich habe nichts gefunden. Aber sind die nicht irgendwie so ihr Leben lang treu oder so? Ja, genau, die haben nur einen Partner und dann bleiben sie mit dem zusammen. Krass. Heftig. Digi, was geht ab bei denen in den Pinguinen? Ach, hier steht, meistens füttern Pinguine nur ihr erstes Kind richtig, sodass das zweite bald verhungert und stirbt. Oh, lol. Das ist dann schon, da sehe ich eine Parallele. Ja, das hätte Sophia auch einbauen können. Ich habe mal ein Pinguinnest gesehen. Quelle Internet. Von uns im Garten. Ja. Gut. Wo waren wir? Also, wo ich bin, kann ich dir sagen. Ich bin nämlich gerade nochmal bei der Szene, die ich ja, ich lasse immer parallel die Folgen durchlaufen, in der Szene, wo die Kamera schräg gestellt ist, irgendwer reißt hier Tape vom Gesicht unseres in dem Fall Protagonisten herunter und wir sehen erstmalig Sophia in der Folge. Und Sophia hat wirklich, wie ich finde, vielleicht liegt es auch an der vielen Haut, aber wirklich das beste Outfit in der ganzen Folge an. Schwarzes Kleid, roter Schal, schwarze High Heels mit roter Sohle von unten nur ersichtlich, wenn sie also sitzt. Da muss ich sagen, das steht ihr wirklich gut, das schmeichelt ihr. Da hat sie mir sehr gut gefallen. Besser übrigens, als in den finalen Szenen. Bei dir ist das ein bisschen so mit Guido Maria Kretschmer. Ich mag das so, echt einfach so diese Outfits einfach immer so instant gut zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Okay, also das war heute im Vergleich zum Montag. Auch die Idee hat dir mich gebracht, das wäre irgendeine Ausgabe, das käme sonst nicht von mir. Also das wäre auch, ich habe gerade überlegt, wer wir bei Queer Eye wären, das ist für mich relativ leicht, was meinen Doppelgänger angeht, aber Andi wäre auf jeden Fall Tan, dann würde ich sagen, oder? Ja. Ja, ist gut. Heiko, wer bist du? Karamo? Ich will Karamo Bot sein, der Therapieroboter, den sie dabei haben. So eine passere Bezeichnung, weil er ist wirklich das Chat-GPT Er ist einfach, er ist komplett ein Replikant. Sorry, wir müssen kurz den Queer Eye Exkurs machen, Karamo sieht aus wie ein Replikant, sieht aus wie so ein Ken aus der Barbie-Welt und spricht wirklich in Chat-GPT-Quotes. Aber ja. Ja, ganz kurz, ich habe mal gelernt, dass man ja Leute auch abholen muss in so einem Podcast für alle Leute. Genau, spricht es für oder gegen mich, dass ich keinen lassen Schimmer hab, vor dem ich spreche. Also, sagen wir es mal so, also Queer Eye ist eine Serie, die halt in den letzten Jahren vielen Leuten durch Quarantäne und anderes geöffnet hat. Das ist ein Format, typisch amerikanisch. Es sind fünf queere Menschen, die in das Leben von Menschen kommen, die werden halt quasi nominiert von ihren Verwandten, so ey, meine Mom, die reißt sich den jetzt sagt, einen Arsch auf hat, aber keine Zeit, sich um sich selber zu kümmern, hat schon seit 16 Jahren niemanden mehr geküsst, könnt ihr ihr nicht helfen und quasi mit ihrer Homosexualität heilen sie dann diese Menschen immer so ein bisschen. und das ist so, das Format funktioniert halt deswegen ganz gut, weil es halt einfach ganz klassisch viele rührende Momente ganz bewusst herbeisehnt, aber halt auch produziert. Da kann man jetzt sehr zynisch drüber nachdenken, speziell wenn man auch weiß, dass die alle am Ende total zerstritten waren, zumindest mit dem besten von denen und zwar mit Bobby, aber es ist eine Serie, die man sich immer gut angucken will. Ja, sorry, aber also ich habe bei fast jeder zweiten Folge immer geweint, aber ich weine auch sehr schnell. Ja, das hat man hier gesagt. Ja, und die ist eigentlich total wholesome und das Witzige ist halt, dass Bobby, derjenige von denen, der halt immer das komplette Haus renovieren muss, während halt irgendwie einer hat die Aufgabe, dir so ein paar warme Worte zu sagen und irgendwie gut zuzureden und der andere muss halt immer das komplette Haus und Grundstück neu sanieren und neu einrichten. Und das ist so ein unfassbarer, unfairer Arbeitsverteilung, wirkt zumindest so. Und der Bobby sieht halt witzigerweise genauso aus wie Maurice, wer der Zuhörer und Zuhörerin. Um da jetzt dann die Schleife drum zu machen, was nämlich fast schon traurig ist, ich habe schon mehrfach auf Instagram Stories gescreenshottet von Bobby Burke und in meine Story gepackt, zum Beispiel wie ich einen Hund habe oder wie ich einen Helikopterflug in New York mache und es haben mir Leute, die mit mir vier Jahre zusammengearbeitet haben, gesagt, krass, dass du in New York bist. Was ist los mit euch Leute? Ich hatte niemals so einen gepflegten Bart. Ich kann das nicht. Aber gut, das war unser Exkurs zur QRI. Okay, ich merke schon, also da gibt es ähnlich aufwendige, komplexe Charakter-Arcs wie bei The Penguin, richtig? Ja, tatsächlich. Ähnlich gut. Und alle sehen auch aus wie, ja, und alle sehen auch irgendwie ein bisschen aus immer bevor ihrer Transformation wie die Superschurken im Arkham-Universum. Ja. Ach ja. Ja, aber genau, nachdem wir jetzt hier nochmal kurz Sophias Outfit gerankt haben. Übrigens, dieser rote Schal, dieser rote Schal, den sie hat, fandet ihr es auch für eine Sekunde irritierend, dass er anscheinend an ihrer linken Brust dranggetapet ist? Ja. Das war so ein... Ja, so ein bisschen wie diese Shirts, die man in den Gürtel steckt, damit man die Gürtelschnalle sieht. Ich glaube, so ist das irgendwie gemeint. French Tuck heißt das übrigens. Danke dir. Wir alle nach Queer Eye den French Tuck für sich gefunden haben. Ja, also das war wirklich, das war auch da wieder, wäre das eine echte Comic-Verfilmung, hätte ich mich weniger an dem, ich nenne es jetzt mal richtig provokativ, an dem Tittenschal gestört, aber es wirkte halt mega weird, weil das war halt ein bisschen so wie Klopapier unterm Schuh. Wisst ihr, was ich meine? Ganz krass. Ja, ja, aber ansonsten, was natürlich, wie du, glaube ich, schon meintest, in dieser Szene wirkt Sophia, auch eben, weil sie ja wie in Ekstase ist, es hat super viel sexuelle Energie, ne, dieser Moment. Also es ist mega aufgeladen. Und es ist ja auch so um den Hals, sie ist ja auch eigentlich der Hangman zumindest irgendwie, so ein bisschen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es passt schon ins Bild irgendwie. Naja. Ja, und dann halt der Finger, der Finger und der Zigarrenschere, da ist sie. Aber ja gut, ich meine, letztlich passieren würde damit dann auch nichts. Es wird viel gebrüllt, es gibt die Super-Osszene und dann geht es auch schon weiter mit, wo ist er dann? Dann ist er, dann ist er, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, hier, dieses, er kippt sich jetzt Alkohol auf den Bauch und tackert sich den Bauch zu im Hospital, wo er seine Mutter hingeschleppt hat, hat ja auch, was eine Maschine. Toll. Besser als jeder Rettungswagen, Aber auch wirklich, also ich habe ja mal im Krankenhaus gearbeitet, ich war mal Zivildienstleister ein paar Monate lang und habe dort Magen- und Darmspiegelung gemacht und ich habe so einen ganzen, so einen Krankenhauskomplex schon nochmal von innen kennengelernt und was ich sagen muss ist, da gibt es keine Räume, die öffentlich zugänglich sind, wo du dich mal eben komplett eindecken kannst, reparieren kannst, zutackern kannst und Bandagen und dein was auch immer wickeln kannst. Das müssen ganz besondere Zustände in den Staaten sein. In Gotham City zumindest. Ich glaube, das sind sie aber wirklich. Das ist doch was ganz anderes. Wart mal ab, wie das in den nächsten vier Jahren da aussehen wird. Aber, ähm, ja. Aber Eskapismus, Pinguin, sorry. Tut da realistisch. Auch geil, wie er seine Mutter nimmt und so ins Auto reinpackt, ja, also wie so ein, wie so ein Ikea-Schrank, der so ein Paket, so zack reingeworfen auf die Rückbank, muss ich sagen, fand ich toll. Da wird doch gar nicht lange diskutiert. Sie schläft da jetzt. Ja. Ja, und dann machen sich ja die beiden auf. Pinguin hat nämlich einen Plan, nachdem er hier wieder top motiviert ist durch Vic und trifft noch mal einen alten Bekannten und zwar diesen, was ist er denn eigentlich? Dieser Politiker. Irgendein politisches hohes Tier, den er ja auch ein bisschen benutzt hat, um das Licht wieder anzuschalten. Also hier die Power, die Power wieder zurückzubringen. Und den trifft er in einem Gerichtssaal, oder? Ja, das ist definitiv. Ein Gerichtssaal und ich habe sofort Joker 2-Vibes. Genau, ich war nämlich auch so, Moment, sind wir jetzt bei Joker? Und ist das jetzt ein Gerichtssaal? Ja, es rückt gleich gesungen. Oder ist das eine Town Hall? Ist in Amerika der Gerichtssaal dasselbe wie ein Tall Hall Meeting? Ich bin da einfach so, okay, ich habe gemerkt, ich weiß nichts über amerikanische Politik und sie macht eh keinen Sinn für mich. Aber ich fand es halt so ein bisschen crazy, dass dieser Typ, das ist doch derselbe, dem Pinguin auch fast die Nasenscheidewand irgendwie durchgezwickt hat, oder? Ja, genau. Dass der ja überhaupt erstmal darauf reagiert, dass da so der Typ, der dich letztens noch irgendwie zwischen zwei Autos so bedroht hat und danach so getan hat, als ob das jetzt echt nichts Schlimmes war. Das stimmt, ja. Dass du da direkt erstmal ohne irgendwelche Leute auftauchst. Aber was ich da halt super geil fand war, auch da, hallo, The Dark Knight lässt grüßen, diese ganze Rede von Pinguin, von wegen, die Leute da draußen brauchen jemanden, den sie hassen können. Und dieses Feindbild erzeugen und letztendlich wie, es war ein bisschen für mich wie das Finale. Habt ihr den Stromberg-Film gesehen? Ja. Nee. Vielleicht als Spoiler, alle jetzt einfach mal 30 Sekunden vorspulen, wenn ihr Stromberg immer noch nicht zu Ende geguckt habt, quasi. Es endet quasi damit, der Film ist das Ende der Serie und Stromberg kommt halt typisch in diese Situation, dass er ja eigentlich keinen Ausweg mehr findet. Aber so jemand wie er kann nur noch nach oben fallen, weil er einfach so ein krasser Lügner und Taktiker ist und er wird am Ende SPD-Politiker. Ja. Das fand ich auch damals schon großartig. Ja. Aber auch da, ich fand die Szene super, dieses, ja Achtung, was willst du denn als Gegenleistung? Also der Pinguin präsentiert ja im Endeffekt diesem Politiker eine tolle Erklärung und im Endeffekt auch gleich eine Story, dass ja die Maronis und die Falcons sich gegenseitig bekämpft haben, dass das ja ein Maroni-Drogenlabor war, was da gerade in die Luft geflogen ist und dass er am Ende eine saubere Stadt erben wird und er kann sich das dann selber hier ans Hemd heften, diesen Stern und diese Errungenschaft. und wir wissen noch nicht genau, wie das, wo es hinausläuft an diesem Punkt. Also er gibt ihm diese Story, dass er damit ja nichts zu tun hätte und wenn er da rauskommt, würde er ganz gern mal ein paar der Freunde dort kennenlernen. Also im Endeffekt in der High Society von Gotham ankommen. Und das fand ich auch schon da interessant, weil ich dachte, ja, das fühlt sich dann auch schon wieder an wie der Pinguin, den wir eigentlich aus den Comics kennen. Der Gangster-Boss, der aber ganz gerne in der High Society auch wäre und den wir auch in diversen Adaptionen ja so ein bisschen gesehen haben. Ja, das ist genau das Ding, also dass er halt immer aus dem Nichts kommt und dann da irgendwie mit den richtigen Worten an der richtigen Stelle bei den richtigen Leuten letztlich seine Ziele irgendwie finden kann. Ich finde es immer ganz faszinierend, auch was für Worte er findet, auch die Zusammenhänge, die er darstellen konnte, wie er quasi diesen ganzen Gang-War zwischen Maronis und den Falcons, wie er das letztlich so darstellen konnte, dass er selbst mehr oder weniger zumindest in dieser Geschichte völlig unbeteiligt war und eben auch die richtigen Hinweise geben kann, wo man zum Beispiel eben auch die Leiche finden würde von Sal Falcone, äh, Sal Maroni. Das fand ich schon ganz cool und ich weiß nicht, ob es euch ausgefallen ist, aber kurz danach beim Rausgehen aus dem Saal haben wir die zweite Figur in der Serie, die auch schon im The Batman-Film zu sehen war, neben The Penguin. Ist sie euch auch als wäre das im selben Universum zum ersten Mal? Die Bürgermeisterin, genau. Bella Real oder Real oder was auch immer. Die ist auch von derselben Schauspielerin, glaube ich, Jamie Lawson war es zumindest im Film. Ich vermute, das war sie auch hier. wird sie wieder repräsentiert. Ich meine, die muss nichts machen, die hat keine wirkliche Sprechrolle, die interagiert irgendwie und dann, Sie hat doch immer noch einen gebrochenen Arm, ne? Also war da, das wusste ich halt nicht mehr. Ist im Film ihr irgendwas passiert, weil sie hat halt in der Szene einen Arm in so einem modernen Gipsen. Die war ja auch da in diesem Epizentrum, als da die, die Riddler-Incels gekommen sind und da alles detoniert ist, da war sie nämlich auch, das war, glaube ich, gerade ihre, ihre Einschwörung oder ihre Wahlveranstaltung. Sie hat ja gerade die Wahl gewonnen als Bürgermeisterin. Aber ganz kurz nochmal, als wir zurückspringen, in diesem Townhall oder Gerichtssaal-Ding, da geht er ja auch irgendwie an diesen Platz und da steht ja auch ihr Name auf diesem Schildchen. Das ist ja der Platz der Bürgermeisterin ganz oben mit diesem Hammer. Und ich habe mich gefragt, Maurice, weißt du zufällig, ob es einen Arc in den Comics mal gab, wo der Pinguin Bürgermeister von Gotham wird? In No Man's Land schafft er es ja auf jeden Fall relativ weit nach oben. Also dadurch, dass ja Gotham sich unter den Crime-Bossen aufgeteilt wird, ist er da mega taktisch. Und ich glaube, Meier-Couple-Pod ist etwas, was man schon häufiger in Comics gehört hat. Das war auch der Plot in Batman Returns, ne? Der Pinguin will da ja auch Bürgermeister werden. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich dachte so, ich meine mich zu erinnern, dass wir das in Comics auch mal gemacht haben. Also es ist ja auch ein beliebter Trope, mal einen Villain in so eine hohe Position, ob das jetzt President Luther ist oder was auch immer. Oh, das war passend. Ja, ja. Und in diesem Moment dachte ich, als er sich dieses Namensschild anguckt und er nimmt sich diesen Hammer und setzt sich da schon hin, dachte ich so, ja, ja, okay, dieser Pinguin hat auch Ambitionen. Kann er Bürgermeister von Gotham werden? Ja, wäre das ein Zack Snyder-Film gewesen, wäre das ein Zack Snyder-Film gewesen, hätte man kurz das Pinguin-Theme gehört, während er darüber gewischt hat. So wie mit Wonderboom, immer wenn sie aufgetaucht ist, immer. Aber jetzt, was soll man dir erklären? Wenn die da im Gerichtssaal sitzen und da aber eigentlich die Bürgermeisterin sitzt, was hat die auf diesem Stuhl verloren? Ich verstehe das eigentlich nicht. Denn dann ist das Townhall. Townhall ist das. Ich glaube, das wäre einfach kein Gerichtssaal sein. Ja, ja. Ja. Vielleicht ist das wie bei Parks and Recs und dann können da die Leute kommen und ihre Anliegen vorbringen oder so. Vermutlich. Und dann haut man mit dem Hammer und sagt, halt, stopp, jetzt rede ich. So stelle ich mir das vor. Verstehe. Ja. Und auf jeden Fall kommt Ostern irgendwann wieder aus der Townhall raus, wo ich ja auch gedacht habe, weil er sagte irgendwie so, let's go to the Lions. Ich habe ehrlich gesagt kurz gedacht, der geht jetzt in den Lions Club. aber macht er scheinbar nicht, sondern macht irgendwas anderes offizielles. Allein, ich glaube, es ist ja auch, je nachdem, wer da so drin ist, vielleicht eine nicht ganz uneinflussreiche Organisation, aber er will zurück zum Auto sein. Ist, glaube ich, sogar ein Volkswagen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ne, nicht Volkswagen, ein Volvo, ein Volvo. Und da sitzt Vic aber leider nicht mehr drin. Der wurde nämlich schon abkassiert von den Triaden, sind es, glaube ich. Und dann geht's los. Dann beginnt die Intrige. Genau, wird angerufen bei Sophia. Ja, also Heiko, hast du gedacht, dass Pinguin jetzt verkackt hat? Wie war das für dich? Weil man sieht Vic nicht mehr und Vic kriegt ja diesen Anruf und Vic steht abermals vor so einer Entscheidung, finde ich. Habe ich das so gesehen? Vic wird so gefragt, ja, wo seid ihr? Pinguin wird jetzt hier gesucht und die Steaks sind ganz schön high. Komm, sag uns einfach, wo der ist. Und es wird ja da nicht gesagt, hey, du, ich bin auf deiner Seite, ich werde euch nicht verraten, sondern der Anruf klingt ja eher schon bedrohlich. Und dann sehen wir auf einmal, dass Vic weg ist und Pinguin einkassiert wird. So, äh, sass auf jeden Fall für die jungen Leute. Total, total sass. Aber ich habe in dem Moment gedacht, ja, ich bin mal gespannt, was der Pinguin geplant hat. Weil das habe ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass Vic so blöd ist, denen zu sagen, wo die sich befinden, wenn das nicht irgendwie abgesprochen wäre. Aber ich dachte, dass das schon irgendwie Teil vom Plan von Pinguin gewesen wäre. Und so richtig kriegen wir es ja am Ende auch in der Chronologie nicht raus. Aber er wird da hingebracht zum, äh, zum Flughafen, wo Sophia ja schon, nachdem sie hier in einer Musik-Videosequenz nochmal dramatisch die ganzen Klamotten und das ganze Haus ihres Vaters anzünden durfte. Das funktioniert so auch nicht, Leute. Ihr könnt so viel Doppelkorn und Wodka auf und Klamotten kippen, wie ihr wollt. Das brennt nicht. Da müsst ihr schon wirklich Tro 80 nehmen oder so. Oder, oder Amunzabuka oder sowas. Das, das brennt sonst nicht. Das ist ein Gott. Aber es ist gut, dass du selbst das auch, dass du dich selbst da sehr gut auskennst. Da spricht der Alkoholiker aus. Das ist halt einfach so. Ja, das ist ein Verordnungsversuch. Ich habe die ganze Zeit, es wird ja auch nochmal so diese Uhr gezeigt und ich habe mich überlegt, so, was hat es denn mit dieser Uhr auf sich? Und dann habe ich mich so zurückentwickelt. Ihr Bruder hatte ja, glaube ich, hatte Ihr Bruder ihr empfohlen, dem Vater zum Geburtstag eine Uhr zu schenken? War das das Geburtstagsgeschenk von ihr an ihn? Ich glaube sowas. Aber es wird nochmal so sehr, sehr in den Mittelpunkt gerückt, dass sie da diese Uhr anguckt, bevor sie die dann auch auf den Haufen wirft und das alles anzündet. Aber ich glaube, das war ihr letztes Geschenk an ihn. Ich muss sagen, ich fand die ganze Verbrennungsszene mit hier, ich brenne jetzt mal die Hütte down, das fand ich, muss ich sagen, ja, es war nett, es war okay, aber ich weiß nicht, ob ich die gebraucht hätte und ja, ihr Abschluss mit ihrer Familie und so. Aber ich meine, man kann ja schon zur Figur Sophia letztlich sagen, dass sie es nicht geschafft hat, auszubrechen aus diesen Strukturen, in denen sie jahrelang gewohnt hat, in die sie auch erzogen wurde. Sie hat sie letztlich übernommen und ist dann halt Selbstchefin geworden. Sie hat einfach irgendwann, und das merkt man spätestens, weil sie nie, wirklich nie, in der Folge mehrfach, nie einen Plan B hat. Sie hatte einfach ein Spiel gespielt, das nicht das ihre ist. Und wenn sie dann da jetzt diese Verbrennungsszene hat, wo sie das Haus runterbrennt, also ich fand es irgendwie unnötig, muss ich sagen. Habe ich nicht gebraucht. Das gute Haus. Mir fällt gerade auch erst auf, dass wir halt eine wichtige Szene ja echt übersprungen haben und das ist ja die, wo Sophia nochmal alle zu sich ruft, alle Bosse, die unter Pinguin eigentlich vereint sind. Und man kurz denkt, ah krass, die sind echt so fucking unloyal. Der wird jetzt ja schossen, ne? Ja, und man sieht ja auch, die sind alle mit ihren First Lieutenant irgendwie da, oder Lieutenant. Und dann ist, was mir da aufgefallen ist in der Szene, und ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht war oder nicht, der Pinguin, der hat jedem ein Getränk ausgegeben, aber sie stellt nur sich eine Flasche hin, Gin, und frisst halt dabei alleine Oliven, sagt aber gleichzeitig, ich biete euch alles. Und alle so, was wie, also sie will ja raus aus diesen Strukturen. Also man merkt ja schon, dieser Point of No Return, an den sie ja immer wieder versucht. Sie will endlich, dass das besser wird. Sie sagt das bloß, sie würde nichts abgeben. Das glaube ich nicht. Die brennt die Hütte nieder, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, die war ja schon auf dem Weg zum Flughafen. Also ich glaube, die hätte das komplette Drogengeschäft da abgegeben. Die hat kein Interesse, das noch weiterzuführen. Die will einfach nur verrückt sein woanders. Ja, freaky und verschiedene Schals ausprobieren. Aber also ich habe ihr das schon abgekauft. Und ich persönlich fand die Szene insofern, das ist so dieser Moment, den glaube ich manche Leute stärker fühlen als andere. Also für mich war das jetzt auch nicht so, dass der mir irgendwie unter die Haut gegangen ist. Aber ich glaube, wenn man selber schon mal in so einem Moment war, dass man in seinem Leben so richtig unten war, also so abgerockt und man findet alles scheiße, dass dieses, ich kann mich sogar gar nicht mehr an den Song erinnern, dummerweise jetzt gerade, der da gespielt wurde. My Girl. Okay, ja. Aus der Mars-Werbung aus den 90ern. Geil. Das ist so eine drücke. Danke für diese Trivia. Ja, finde ich aber echt richtig gut. Ich glaube halt, dass das einfach so dieser Abschlussmoment ist, weil man muss ja auch einfach sagen, das ist letztendlich the last hurrah für diesen Charakter, weil hier denkt sie, nämlich sie hat alles erreicht. Der Pinguin wartet nur darauf, von ihr erschossen zu werden. Sie wird die Familie los, sie kann halt wegfliegen und alles hinter sich lassen, inklusive der Nichte, über die auch nie mehr geredet wird, die jetzt einfach da irgendwie traurig in irgendeinem Raum verhungert, weil dann kommt ja einfach dieser Breaking Bad Moment der Folge, nenne ich ihn jetzt mal. Ich weiß nicht, ich habe Breaking Bad nie geguckt, weil ich das nie länger als drei Folgen ausgehalten habe, weil die so negativ war und ich danach noch deprimierter war als nach einer Folge Stromberg. Aber bei Breaking Bad gab es doch auch immer diese Momente, wo man gedacht hat, oh, jetzt ist alles am Arsch. Aber haha, hier ist aber noch was anderes im Gange. What a twist. Ja. Jaja, Sophia glaubt, sie hat den Pinguin in der Hand und überlegt jetzt noch, ob sie ihn vor Ort auf dem Boden tötet oder ob sie ihn da aus dem Fenster von ihrem Flugzeug schmeißen soll. Und Sao von den Triaden grinst auch ganz feist, weil er glaubt, da ist gerade das ganze Imperium der Falcons bekommt und dann wird er ja von seinem Deputy Link erschossen. Also die junge Generation radiert die alte Generation aus und Sophia merkt, fuck, der Pinguin, der ist auch überhaupt, ja, der hat, der grinst ja auch noch, also, ja, das, das Blatt wendet sich mal wieder, aber diesmal endgültig. Und das ist dann wohl auch der... Da haben wir wieder total Glück gehabt, oder? Also das ist ja, es ist ja nicht so, dass wir, also weder Sophia noch Oz hatten in dem Moment so einen wirklich richtigen Plan B, so einen Superman anzurufen, der nochmal eben kommt, die Situation klärt. Das ist einfach nur Glück gewesen, dass es so ist, wie es ist. Also ein bisschen, ich fand das schon ganz gut, weil wir sehen ja dann, dass im Endeffekt der Pinguin hat wohl einen Deal geschlossen mit den ganzen, mit der ganzen zweiten Riege der ganzen Verbrecher-Clans, ne? All die Leute, die seit Jahren nicht aufsteigen können, die auch teilweise, so wie ich es verstanden habe, auch teilweise Familie gegen Familie, ne? Brüder, der junge Bruder, der den Älteren umbringt, die junge Schwester, die die ältere Schwester umbringt und im Endeffekt gibt es einen kompletten Generationen- oder Machtwechsel bei allen Mafia-Familien und das ist halt jetzt die Gelegenheit gewesen, ne? Dass er das irgendwie ganz schnell organisiert hat und die alle überzeugt hat, das zu machen, das müssen wir jetzt einfach schlucken. Aber für mich fand es... Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich so initiiert hat. Also wurde das gesagt, dass er mit denen den Deal gemacht hat oder war das was, was mit durch die Rede, weil da waren ja auch alle dabei, was er bewirkt hat in diesen Menschen, dass die halt... Oder war es sogar Vic? So gespürt er. Ja, das war Vicks Idee. Pinguin sagt später, hey Vic, die Idee, dass hier Link einzuweihen, das war eine tolle Idee. Ich habe es nicht sofort gesehen, aber es war genial. Also es war Vicks Idee, die ihm da den Federhintern gerettet hat. Aber... Und für mich war dann der Punkt, dass ich auch entverstanden habe, ach, deswegen waren das so viele bei diesem Bierabend, bei diesem Treffen unter der Brücke, wo sie alle gesagt haben, da habe ich mich schon gefragt, warum sind denn so viele Leute da? Ja, warum bringen die denn alle irgendwie noch einen zweiten mit? Aber jetzt haben wir halt auch die ganze zweite Riege halt mal gesehen und damit wir sie in der Szene wiedererkennen, wenn sie da ihre Verwandten und Chefs und so einfach ermäucheln. Ja, man hat so jede typische Gang-Tötungsart aus einer CSI-Folge einfach mal gezeigt. So mit dem Helm totschlagen, in der Sauna jemanden töten. Ja, da war eigentlich alles dabei. Perfekt, super, gerne wieder, top Ebayer. Und dann dürfen sie auch nochmal eine Runde Auto fahren, denn es schließt sich hier letztlich so eine Art Kreis oder es gibt eine Rahmensituation, dass wir wieder den Os haben, der Sophia im Auto fahren kann. Sie kommt nicht aus dem Auto raus, scheinbar abgeschlossen. So wie früher, als er noch ihr Fahrer war, fährt er sie jetzt an irgendein Industriegelände, es könnte ein Hafen sein, auf jeden Fall ist es am Gotham River, der ja viele Arme und Brücken hat, wie wir wissen. Und da gibt es die Situation, dass wir zunächst davon ausgehen können, dass er jetzt hier einen Schlussstrich ziehen möchte und sie exekutieren will. Und ich glaube, sie glaubt das auch. Und ich hab das auch geglaubt. Ja, genau. Ob sie das vielleicht sogar ganz gut fand auch in dem Moment, das weiß ich nicht. Ja, ich glaub nämlich auch, dass das so dieser Moment war, also es gibt ja so, wenn Charaktere in so Serien oder Filmen, die jetzt nicht unbedingt das geilste Leben hatten, wenn's so aufs Ende zugeht so und auch unerwartet und sie dann irgendwie cool damit sind. Und ich glaub, Sophia wäre grundsätzlich auch glücklicher gewesen, wenn sie erschossen geworden, erschossen geworden wäre. Ist das richtig? Oh mein Gott. Es ist spät. Erschossen worden wäre. Ja, wir haben fast 23 vor. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Sonst ist meine Grammatik immer top. Absolut. Was der Pinguin aber geplant hat und was dann klar wird, als sie merkt, dass der erlösende Schuss nicht kommt, sondern ein großes Spotlight von oben sie erleuchtet und die Polizei von allen Richtungen kommt, ist, er hat sich ein Schicksal für sie ausgedacht, das noch viel grausamer als der Tod ist. Und zwar wird sie ohne Umwege direkt wieder nach Arkham verfrachtet. Also wirklich in die Hölle. Er sagt zu ihr, das ist auch super, er sagt hier, you're going to hell, you're gonna go to hell. Du kommst, du kommst jetzt in die Hölle und sie sagt, ja, ich halte dir ein Plätzchen frei. Was auch witzig ist, wenn wir halt davon ausgehen, ja, Arkham ist die Hölle und vielleicht ist da auch noch eine Zelle für den Pinguin irgendwann mal. Wobei der Pinguin ja klassischerweise der einzige Wille ist, der nicht nach Arkham kommt. Ja, nur in der Zeichentrick-Serie, glaube ich, genau, in der Zeichentrick-Serie kommen ja immer alle nach Arkham, weil Zeichentrick, also in der Zeichentrick-Serie, wenn ich sage die Zeichentrick-Serie, meine ich die Animated Adventures oder Animated Series, aber ich glaube, da kommen immer alle nach Arkham aus Gründen. Mutterkomplex, Arkham, Killerclown, Arkham, Schleimmonster, was keine Identität mehr aufrechterhalten kann, Arkham. Genau, Arkham, das heilt. Ja, aber nee, das ist ja eigentlich die große Sache. Pinguin kommt nicht nach Arkham, er ist nämlich nicht verrückt, sondern er ist einfach nur ein Verbrecher in den Comics. Hier, naja, also so ein Soziopath wie Oz, der könnte sicherlich auch ein, zwei Elektroschock-Therapien in Arkham vertragen, würde ich mal sagen. Absolut, und ich würde es ihm vielleicht irgendwann auch gönnen, vor allem. Gönnen würde man es ihm. Ja, was ich irgendwie, also was ich dann irgendwie, wo ich auch noch nicht so genau weiß, was ich davon halte, ist die Szene, die sich dann nämlich anschließt, denn unser Ost geht zurück ins Krankenhaus, wo seine Mutter liegt, dass er seine Mutter gebracht hat, er hat sie da letztlich ja nur abgegeben, hier, sie hat übrigens irgendeine Art Stroke und jetzt macht mal, was ihr könnt. Er weiß offensichtlich genau, in welchem Zimmer sie liegt, kommt zurück und will feiern, obwohl es da ja eigentlich diesen Moment gab, in dem sie ihm gestanden hat, dass sie ihn hasst, seit spätestens dem Moment, wo sie weiß, dass er die Brüder umgebracht hat, aber ein großer Schock, großer Reveal, sie liegt in einem Wachkoma, sie kann sich überhaupt nicht mehr bewegen, sie kann nicht mehr reagieren und bis auf eine Träne, die in einer der letzten Szenen fließt, ist da auch nicht mehr viel von emotionaler Regung drin. Emotionale Regung ist dann jedoch was, das kann der Ost ganz gut, denn der kommt da gar nicht drauf klar, dass sie jetzt, was hat er gesagt, sieht jetzt aus wie Gemüse, hat er glaube ich gesagt, so in der Richtung und da ist schon so, sie liegt jetzt im Wachkoma, sie kann ihm weder verzeihen, noch kann sie ihn jetzt hassen. Jetzt ist der Moment gekommen, dass sie in dem Zustand ist, in dem sie eigentlich nicht sein wollte, denn wir hatten das ja in der letzten oder vorletzten Episode, dass sie ihm sagt, hier, wenn es ganz schlimm wird und bevor ich zu matsch werde, bring mich quasi, bring mich um und in der Situation ist sie jetzt, er könnte die Geräte quasi abschalten, wenn man so will und das kann man schon auch mal jetzt zu dem Zeitpunkt in den Raum stellen, also er wird sie bis zum Ende der Episode nicht getötet haben, sie wird weiterhin in diesem Wachkoma sein und ich frage mich schon, warum eigentlich? Warum geht der nicht? Weil er egoistisch ist. Weil er egoistisch ist. Also, sorry. Weil er keine echte Empathie hat für seine Mutter. Genau, weil er hat ja dieses krankhafte Liebesabhängigkeitsverhältnis mit seiner Mutter. Sweetheart, diese Sweetheart. Jaja, eben, also es ist ja so, zuerst plantet er seiner Mutter oder dichtet er ihr einen Traum an, den sie ja gar nicht so wirklich hat und den macht er zu seinem Lebensziel. Dann hat er jetzt sein ganzes Leben danach ausgerichtet und eigentlich alles, was seine Mutter ja wollte, ist einfach in Frieden zu sterben oder halt bevor sie halt eben totalmatsche wird. Und ich hatte ja eingangs die Frage gestellt, so kennt ihr Leute, die so viel lügen, dass sie gar nicht mehr wissen, ob sie gelogen haben oder irgendwas falsch gesagt haben? Und er ignoriert ja wirklich alles, was quasi passiert ist. Er tut ja so, wie jetzt, ob dieser ganze Vorfall in diesem Theater gar nicht mehr passiert ist. Das ist ihm ja scheißegal, dass seine Mutter ihn einfach versucht hat zu töten. Also, das ignoriert er ja. Und auch dieses Betteln danach, bitte lob mich doch einmal. Sag einmal, dass du stolz auf mich bist. that I did good. Und diese Verzweiflung, ich glaube, das ist was, was so die Generation unserer Eltern, aber halt auch, glaube ich, genug Leute in unserem Alter, nicht ganz so comicmäßig irgendwie nachvollziehen können. Und ich glaube, es gibt viele Familienstrukturen, wo es gut gewesen wäre, hätte man noch einmal so dieses letzte Gespräch geführt. Und man sieht ja hier quasi, wie er total daran zerbricht. Und ich habe es auch geliebt, auch da wieder, wie Colin Farrell schauspielert. Und wie man auch ihn, dann irgendwann gibt es so eine Szene, wo man ihn richtig sieht. Also, ich finde, bis jetzt war es ja so immer, dass die Pinguin-Maske ihn so begraben hat, wie jetzt, ob es ein komplett neuer Mensch wäre. Aber da sieht man kurz Colin. Und das finde ich auch gut, weil er da so sehr das Gesicht verzieht und auch so viel Emotion zeigt. Das habe ich sehr gefeiert. Und was ja auch wichtig ist, Vic ist auch da, abermals mit dabei. Er ist Teil der Familie einfach. Er legt auch total liebevoll die Hand auf den Rücken von Oz und Oz wehrt sich auch nicht dagegen. Also, ich hatte so kurz die Angst, dass jetzt so diese Eskalation kommt, dass wenn Vic ihn berührt, dass er halt so dann irgendwie Vic auf einmal anfängt, den Schädel einzuschlagen. Und stattdessen brüllt er einfach nur eine arme Stationsschwester an. Es ist also sehr dramatisch. Der Pinguin hat jetzt sein Lebensziel erreicht. Er hat halt quasi es ganz nach oben geschafft. Aber seine Mutter kann es nicht mehr bewusst appreciaten. So, das ist ja voll ätzend. Er kriegt nicht das, was er wirklich will. Er kriegt, er kann, er hat eigentlich alles, er ist seiner Gier nachgegangen. Aber er kann nicht das bekommen, was er eigentlich sich wünscht, die Liebe und die Bestätigung seiner Mutter. Wobei, auch da, das finde ich so spannend in dieser Figur, die Frage ist, ob er das wirklich was er überhaupt mit so einer Liebe anfangen würde, wenn er sie bekommen könnte. Ob er überhaupt damit umgehen könnte. Und das ist so interessant an so einer Figur. Und auch, wir sehen ja dann später, ich glaube, da kann man schon mal vorweg greifen, sie lebt ja bis zum Schluss, er hält sie am Leben, er bringt sie dann irgendwie zu diesem Topfloor von einem Apartment und sagt hier, ja, das ist alles, was du dir jemals gewünscht hast. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, ob er die Mutter eigentlich braucht, um seine eigene Gier zu rechtfertigen. Weil das ist natürlich auch ein toller Mechanismus, um sich selber von jeglicher Schuld so ein bisschen zu befreien, wenn man sagt, ich habe das ja alles nur für sie gemacht. Ich habe all diese Gräueltaten nur für sie gemacht. Ich war so gierig und nur für sie, damit ich meiner Mutter irgendwas erfüllen kann. Aber als Soziopath oder Psychopath, da kann er ja gar nicht wirklich, da kann er ja gar nicht echte Empathie spüren für irgendjemanden. Ja, sie ist quasi seine Nora zu Mr. Freeze. Also quasi, also, und da komme ich später vielleicht nochmal drauf zurück, weil ich habe nämlich, bitte erinnert mich da dran, ich habe da vorhin drüber nachgedacht und habe gedacht, boah, vielleicht ist das, was man gut sagen kann im Podcast. Und jetzt dadurch, dass ich gesagt habe, dass man es gut sagen kann, wird es gleich so lächerlich dumm. Oh, ich bin gespannt. Ja, nee, oh shit. Schreibt mal eure Kommentare in den Discord, was ihr glaubt, was Maurice gleich Großes sagen wird. Ja, okay, sehr gut. Oh Gott, ich habe mich so in die Scheiße gerettet. Naja, auf jeden Fall, unabhängig davon, dass ich manchmal denke, dass ich gute Gedanken habe, ist es ja so, jetzt ist alles so gelaufen und Pinguin und Vic sitzen da und trinken nochmal gemeinsam Whisky oder irgendwas, was Männer trinken, wenn sie traurig sind. Da ich nie traurig bin, weiß ich nicht, was Männer trinken. Aber sie führen nochmal so ein richtiges Heart to Heart und Oz hat halt viele, 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 viele gute Worte für Vic übrig und ist halt auch mega dankbar. Und Vic öffnet sich nochmal richtig doll und zeigt halt auch einfach, ich nehme jetzt das L-Wort in den Mund und sage einfach, dass er irgendwie sowas wie familiäre Liebe zu Oz empfindet. Also, so habe ich es zumindest wahrgenommen in dem Moment. Absolut, na klar. Und es war halt so, wow, krass, der Pinguin hat sein Boy Wonder. Crazy, Leute. Ja, und wenn der Pinguin letztlich für sich dann feststellt, dass Familie halt letztlich Stärke und Schwäche zugleich ist. Ja. Und dass ihm eine vorgetäuschte Familie, so wie das in der letzten Szene noch auftaucht, eine vorgetäuschte künstliche Familie, eine, die auf Lügen basiert, im Zweifel immer diejenige ist, die er vorziehen würde, weil er da dann weniger Schwäche hat und weil er auch durch und durch ein Lügner ist, der sich auch selbst komplett was vorlügt. Ja, sein komplettes Weltbild ist ja, basiert ja auf dieser Lüge, die er zusammen mit seiner Mutter aufgebaut hat. Das ist schon ein sehr tiefer Einblick in so seine Gedankenwelt und in seine Psyche hat mich sehr beeindruckt und wie er dann eben auch reagiert, als Vic ihm quasi seine familiäre Liebe gesteht, indem er ihn erwürgt und zwar nicht sauber, einfach dreckig, ich weiß nicht, ob er es bereut, aber kalkuliert, es war geplant, der hat sich mit dem dahin gesetzt und mit der Flasche Schnaps und wusste, wie das endet, das wusste der vorher. Das war keine Kurzschlussreaktion und der, der, der Oswald Kopp, der ist schon ein ziemlicher Vollarsch. Das kann ich so sagen, ich habe eine tiefe Verachtung gespürt für diese Figur, als ich diese Szene gesehen habe. Hat es nicht denn, wenn ich ganz sehe? Ich habe es kurz, ganz kurz vorher habe ich geahnt, dass da jetzt das kommen wird. Wer ihn umbringt, also wirklich so drei, vier Sätze vorher wusste ich, okay, jetzt bringt er ihn um, aber ich wusste, ich hätte jetzt, also am Anfang der Episode nicht gewusst, woran und wie Vic stirbt, das hätte ich so nicht sagen können. Aber so zwei, drei Sätze vorher war es mir klar, das ist okay, das ist jetzt der Moment, letzte Folge, wo ich es passieren muss eigentlich. Das war auch so sad, weil einfach Vic auch noch echt so schockiert und traurig ist, also beim Erwürgtwerden und oder beim Dreckig Erwürgtwerden, wie du gesagt hast. Andi, ich muss noch, von dir kann man noch viel lernen. Wie erwirkt man jemanden sauber? Mit einem Gürtel oder mit einem Schal, den man vorher mit einem Schal, genau. Den man sich an die Brust klebt. Und guckt auch die Szene, da liegt ja überall Müll rum oder was, das ist so weiß, das ist Schnee, kann auch Schnee sein. Es geht doch nicht schnell, Ja, es ist auch wirklich. Es geht nicht schnell, er kann doch winseln. Er hätte ihm einfach auch einen Schuss in den Kopf geben können. Ja. Warum? Das wäre sauberer und schneller gewesen. Aber dann ist, ich glaube halt, also man sagt doch immer, vielleicht ist es auch wieder so eine Urban Myth oder so, dass doch Erwürgen die leidenschaftlichste Form des Tötens ist, weil es ja so irgendwie so was, ich weiß nicht, irgendwas in der Psyche hat, das was damit zu tun, dass du ja dann jemandem so nah bist und an so einem intimen Stelle, also nicht sexuell intim, aber halt so intim bist am Hals und so. Und was man auch mal dazu sagen muss, jemanden zu erwürgen dauert echt Arsch lange. Also oft ist es ja mal so in Filmen oder in Videospielen so, oh, ich schleiche mich hinten an den Gegner an und dann macht mein Charakter so kurz eine und dann sind die immer direkt schon tot oder ausgenockt. Das passiert so nicht im Echtleben, also ich will jetzt niemanden die Angst vom Erwürgtwerden nehmen, das ist immer noch scheiße, aber ey Leute, wisst ihr was voll gut ist? Man hat echt lange Zeit darauf zu reagieren, also man kann viel machen in der Zeit. Kann lange enttäuscht sein von der Person, die einen gerade erwürgt, nachdem man gesagt hat, hey, du bist sowas wie Familie für mich, oh, hey, was, komisch, komische Reaktion auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Aber komm ich überhaupt noch im Film vor? Ich dachte, ja, habt ihr auch gedacht, als er meinte, als auch sagte, aber jetzt kann ich ihn nicht mitnehmen, dachte ich, ja, in den nächsten Batman-Filmen kannst du ihn nicht mitnehmen. Da ist kein Platz für dich, Vic. So viele Superschurken, die Matt Reeves gerne im nächsten Batman-Film haben möchten, ich kann froh sein, wenn ich einen Platz bekomme. lustigerweise war ich wirklich so stumpf in der Szene, dass ich wirklich nicht damit gerechnet habe. also als er sagt, ich kann dich da nicht mitnehmen, war ich so kurz so, und da hat er lustigerweise auch einmal diese zynischen Gedanken, ja, okay, weil es halt immer voll schwer ist, jemanden, der einen Serienvertrag hat, dann nachher in einen Film mitspielen zu lassen. Also so habe ich so kurz diesen Realist in mir gehabt und dann so dieses, achso, nee, der tötet den jetzt. Also es kam so bei mir so ganz langsam, weil es halt auch so. Kannst du mich nicht mitnehmen, muss ich laufen? Oh, schade. Ja, so wie du gehst, kein Wunder, dass du mich nicht fragen kannst. Ja, bei uns geht es auch in der Episode kurz weiter, wir haben noch einen kurzen Einblick in Sophias Feld in Arkham und die entscheidende Info ist eigentlich, dass endlich der Punkt, der, ich glaube, Heiko beim letzten Mal aufgefallen ist oder vorletzten Mal, die Halbschwester von Sophia ihr endlich schreibt. Denn Selina Keil hat aus irgendeinem Grund einen Brief an Sophia geschrieben. Damit musste sie natürlich auch warten, bis sie jetzt im Arkham City ist. Das hätte man nicht vorher machen können, nachher machen können oder gar nicht machen können. Denn sie hat ihr jetzt einen Brief geschrieben, was da drin steht, wissen wir nicht. Warum sie geschrieben hat, wissen wir nicht. Ist auch alles völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir kurz Selina Keil gesagt haben, damit wir als Zuschauer so ein bisschen das Gefühl kriegen, es hat irgendwas mit dem Film zu tun. Das ist schon sehr zynisch. Aber ich stimme zu. Ich wollte es nur in Schutz nehmen, dass sie wahrscheinlich jetzt erst geschrieben hat, weil sie jetzt erst durch die mediale Berichterstattung überhaupt mitgekriegt hat, dass es da noch so jemanden gibt wie sie. Also das wäre jetzt meine Erklärung gewesen, weil es ja jetzt nun mal schon so war, dass diese ganze Zusammenhänge mit der Familie und was da eigentlich abgeht, ja Goffin, glaube ich, noch nicht so ganz gecheckt hat, wer jetzt alles tot ist und wer nicht. Und dadurch, dass ja dieser Senator das alles an die Öffentlichkeit gebracht hat, dass es dann auch bis nach Bloodhaven oder wie ich im Deutschen eigentlich viel lieber sage, Blüthafen. 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 Nein. Ja, auch. Da gibt es auch Karneval, sage ich dir. Hör mal, das ist so schön im Blüthafen. Ja, aber was ist eure Vermutung, was in dem Brief drinsteht? Weil wir sehen ja, Sophia ist so katatonisch und was ich auch eine schöne Überraschung finde, ist, dass ihr Crazy Boy Toy Dr. Verrückte jetzt auch anscheinend wieder in Arkham einfach eine Festanstellung hat. Dr. Verrückte ist der beste Codename für so ein Psycho. Das muss es irgendwann bitte geben. Ihr dürft ihn gerne nehmen, DC. kostenlos. Mr. Crazy Town. Er will halt bei ihr sein und in dem Brief wird drinstehen, da wird letztlich Selina geschrieben, Sophia geschrieben haben, wie überhaupt ihre familiäre Verbindung zustande gekommen ist und wer wer ist. Das wird der Inhalt des Briefes sein. Ich glaube auch, dass ihr auch noch sagt, hey, danke, dass du diese ganze Scheiße niedergebrannt hast und ich verstehe total, warum alle... Dass du Papa umgebrannt hast. Hat sie Papa... Nee. Wer hat Papa umgebracht? Nee, Papa umgebracht hat nicht Batman, sondern wer hat ihn erschossen? Irgendein Fremder, gell? Quer über die Straße im Film. Was, der Riddler? Nein, der Riddler hat das hat der Riddler das nicht gemacht? Aus diesem Fern mit so einem Zielsuch. Ja, ich glaube, der Riddler hat das gemacht. Stimmt, du hast recht. Da sieht man ja, wie gut der Film ist, wenn man sich daran nicht erinnern kann. Das ist nämlich ungefähr so wie der B-Plot in The Dark Knight mit China, der nur gemacht wurde, damit die die Förderung kriegen. Sorry. Ja, so war das. Wichtig ist, es war schwarzes Papier. Da habe ich kurz gesagt, und jetzt ich wieder so, ich suche ja nach jedem Haken so, ey cool, vielleicht ist das ja eine Anspielung auf die Batman-Zeichentrick-Serie, die auf schwarzem Papier gezeichnet wurde, weil das günstiger war als alles jetzt. Ja, absolut, ja. Genau. Das ist ein Deep Cut. Fast, ja. Wir haben noch eine Szene danach, der Pinguin. Allerletzte Szene, ja. Der Pinguin jetzt endlich in Frack und Weste, Zylinder leider nur in der Hand, nicht auf dem Kopf. Oh, das war so scheiße. Ich war so, ihr Ficker, sorry für alle, die das mit ihren Kindern hören. Ey, einfach mal für zwei Sekunden den scheiß Zylinder auf dem Kopf. Warum ist das denn so ein Problem? Also, man kann doch einfach mal einmal das zelebraten irgendwie. Ja, ich dachte, vielleicht passt der einfach nicht auf diesen großen Maskenkopf drauf, dieser Zylinder, oder irgendwie die Perücke macht es nicht möglich. So ein Tiny Head. Genau. Nee, ich hatte auch gehofft, dass man zumindest mal kurz sieht, wie er sich das Ding auf dem, wie er halt diesen Zylinder auf dem Kopf hat, ne. Aber gut, kriegen wir nicht. Er hat ihn in der Hand. Er hat zumindest den Frack an. Er sieht dadurch visuell viel näher aus an dem Comic-Pinguin als jemals zuvor. Und dann sehen wir, er wohnt jetzt in diesem, ist das eigentlich nochmal die Iceberg-Lounge oder ist das ein ganz anderes Penthouse? Also, da steht nicht Iceberg-Lounge drauf und das sieht auch anders aus, weil die Iceberg-Lounge war ja direkt gegenüber von so einer Bahnhalte, oder von einer Schiene. Ja, Und das wirkte halt so wie so ein freistehendes Gebäude, war da ja auch so ein großes Leuchtschild mit kaputten Buchstaben, weil natürlich repariert das keiner, weil es ist ja voll hoch, wie soll man in der Hochkletter, ähm, ja, auf jeden Fall sieht es halt nach einem geilen Goffn-Gebäude aus. Wo ich nochmal kurz sagen muss, fand ich ganz gut auch da wieder, äh, dass es wieder aussah wie die Arkham-Games immer wieder in den Ferien, ne? Also, dass das schöne, Neon-Signs und dicke Luft ist so, äh, fand ich sehr schön. Ich hab da grad kurz pausiert, dieses Haus hat die Buchstaben, ähm, also da steht quasi Blackbaron, Blackbaron oder so, also es ist mir völlig unbekannt. Okay. Das B da oben wirst du jetzt nicht erkennen, könnte, ich weiß doch nicht, was Blackbaron sein sollte, ehrlich gesagt, und nur beleuchtet ist Black, Ro, hm, Blackrone, ich weiß nicht, also ich kann nicht sagen, was für ein Haus das ist und was da genau steht. Einfach der Vorstellung. wie Lost uns ruiniert hat, dass wir versuchen, Ist auch wieder ein blaubfarbener Rolls-Royce, den wir da wieder am Start haben. Flaume ist wohl genau sein Ding. Ähm, warum er die Mutter nicht getötet hat, das hatten wir ja schon angesprochen, er ist auf jeden Fall volles Rohren-Psychopath. Was wir auch... Apropos Flaume, äh, kurze, Segway auch, wenn ihr noch eine gute Nachtgeschichte haben wollt, hört euch unbedingt von Domian die Geschichte an von, äh, der Lydia aus Köln, Es geschah im Wald. Da geht's auch um Flaumen. Kurzer, also, und, 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 und wenn ihr nach dieser Folge euch das angehört habt, schreibt das bitte auf Discord, ich will mit euch darüber reden. Sorry. Okay. Lydia aus Köln, alles klar. Ja, das lassen wir einfach gleich komplett durchlaufen, wenn wir hier fertig sind. Halt's als Bonus-Track hinten dran. Ja, ich meine... Einfach in den Credits. Oz hat sich dann hier offensichtlich auch, ähm, eine Sexarbeiterin oder zumindest Schauspielerin gekauft, deren Aufgabe es ist, die Mutter zu impersonaten. Das ist doch wieder seine Freundin. Nein. wieder die Freundin. Nein. Doch. Und das ist nämlich das Krasse, das ist nämlich jetzt, jetzt verstehen wir endlich, als die Frage kam, was die für, weil Sophia fragt ja, was Oz denn mit ihr so für ein Verhältnis hat und was er denn gerne hören will. Und jetzt wissen wir, was die für eine Art von Erotik hatten. Glaube ich halt. Ja. Das ist nämlich super viel Mom-Cosplay war. Und durch die Haare, die sie hatte, ey, ich war kurz, zwischendurch habe ich meine Augen nicht gedacht, haben die zwischendurch das Gesicht der Mutter leicht über die geblendet? Weil ich fand, sie sah so zu abwechselnd ähnlich. Ich war geflasht, wie ähnlich sie der Mutter sah. Also war das super? War das gutes Casting? Ich weiß nicht. In dem Moment dachte ich auch, hä, sehen wir jetzt irgendwie eine Traumsequenz? Hören wir die Serie mit einer Traumsequenz auf? Bis ich verstanden habe, ach nein, das ist seine Freundin, die ihn ja auch wieder verraten hat an Sophia. Und das ist auch thematisch wieder eigentlich so unfassbar passend. Sie hat ihn eigentlich schon an Sophia verraten. Und wahrscheinlich würde er sie auch denken, dass es ja nur eine andere Person gab, die Sophia seinen Aufenthaltsort hätte verraten können. Aber der Pinguin fühlt sich wohl in einer Situation, wo man einfach sich gegenseitig anlügt, obwohl beide wissen, was eigentlich die Wahrheit ist. Und jetzt hat er halt hier sein komplettes Mom-Cosplay. Also sie hat das Mom-Cosplay an mit Palettenkleid und Perücke und ja, gibt ihm das, was er gerne hätte. Das habe ich nicht wiedererkannt mit der anderen Haft. Ja. Wirklich nicht. Ich habe die nicht wiedererkannt. Aber bist du ja unser Style-Man aus unserer Crew. Ja, krass. Ja, da kommt der Moment, der gehört dir jetzt, Heiko. Das ist dein Moment. Und ich habe gedacht, die tanzten da und ich dachte, Moment, wir zoomen aus einem Fenster raus. Und in dem Moment wusste ich schon, dass die Serie exakt so enden wird, wie ich es prophezeit habe in der letzten Folge. Letzter Schuss. Hört es euch bitte nochmal an. Siebte Folge. Letzter Schuss. Das fucking Bad-Signal wird angeschaltet und genau so endet die Serie. Und ich habe hier gesessen und gesagt, Applaus, Dankeschön. Irgendwie hat es auch ein bisschen falsch angefühlt, weil irgendwie wäre es auch konsequent gewesen, einfach Batman nie wieder zu erwähnen. Aber gleichzeitig habe ich mich da trotzdem ein bisschen gefreut, dass ich bestätigt wurde in dieser Prediction. Ja, das war so ein bisschen ein E for effort. Es war dann einfach so, als die Kamera rausgesummt hat und man einfach sagte, okay, also entweder ist da wieder der creepy Batman, der auch Selina beim Strippen zugeguckt hat mit seinem Fernrohr, guckt sich halt quasi an, wie der Oswald mit seiner Wannabe-Mom tanzt oder es kommt das Bad-Signal. Das war ja dann irgendwie ab dem Moment wirklich klar und es war so, ach Leute, habt ihr euch nochmal kurz Mühe gegeben, irgendwie sicherzustellen, dass wir uns nochmal daran erinnern, dass die Serie auch im entferntesten Sinne etwas mit Batman zu tun haben kann. Ja, das war so der einzige Cheap Shot. Also es hat sich so angefühlt, sowohl die Szene mit Selina Keil als auch mit dem Bad-Signal war für mich sowas wie, was so schnell nochmal nachgedreht wurde, weil das Feedback entsprechend war. Aber vielleicht war es auch von Anfang an so geplant. Es ist schon, ja, es ist ein bisschen schade, dass man das leider gar nicht genutzt hat oder was heißt nutzen konnte, wahrscheinlich auch da Parallelen zu ziehen und da steht ja auch immer noch die Frage im Raum. Du hast es heute in unsere interne Chatgruppe gepostet, dass es Gerüchte gibt über eine Joker-Serie und auch gleichzeitig gepostet, dass du gar keinen scheiß Bock drauf hast. Warum eigentlich? Weil, ähm, ich hab da mit Heiko mal sehr lange drüber geredet, was wir von dem Joker halten und auch von dem Reefs-Universum an sich und, ähm, also zum einen, also vielleicht einfach um die News mal kurz zusammenzufassen, ist, dass die Pinguin-Serie offensichtlich und auch zu Recht irgendwie total durch die Decke gegangen ist. Also sogar noch mal Erwartungen übertroffen hat, was ja irgendwie immer ganz schön ist. Ähm, bei meinem Endplädoyer, mit dem ich mich total blamieren werde, werde ich darauf nochmal zurückkommen auch. Ähm, und das hat halt natürlich Warner Brothers, die natürlich so, nachdem sie ungefähr zwei Jahre lang jetzt nur schlecht gewirtschaftet haben und immer noch nicht den Acme-Film rausgebracht haben, äh, falls das hier, äh, Dankeschön Max, dass ihr uns äh, Penguin gegeben habt, aber könnt ihr nicht auch endlich jetzt den Acme-Film, äh, veröffentlichen auf der Plattform? Egal. Ähm, die Serie war so erfolgreich, dass sie gesagt haben, ey komm, wir machen jetzt wahrscheinlich noch ein Spin-Off und am passendsten wär's doch mit dem, äh, von Keegan, oder wie heißt der Schauspieler? Barry, Barry Kiergan. Kiergan, Keine Ahnung, der mit der Espresso-Lady zusammen ist, ähm, oder ich weiß nicht, ob die zusammen sind. Ähm, auf jeden Fall, dass halt eine Joker-Serie kommt, die dann in den dritten Batman-Film, äh, reinführen wird, wo ich auch ein bisschen war, seid mal nicht so optimistisch, Leute. Wir haben auch gedacht, dass es vielleicht noch ein Joker-3-Film geben wird. Ähm, aber ja, warum ich dagegen bin, ist, Heiko hat's mal sehr gut auf den Punkt gebracht, ist das so diese Zombifizierung des Jokers, also der Heath Ledger-Joker war halt eine ganz spezielle Neuinterpretation, die so ein bisschen auf, ich weiß gar nicht, kam der Azzarello-Joker vorher oder danach? Der kam davor. Der war davor. Genau. Und das ist halt so ein Joker, der halt einfach Narben im Gesicht hat und edgy ist, ne, und ist, we live in a society. Ähm, und dann sieht man ja, den Joker sieht man ja im Batman-Film nicht richtig, man sieht ihn ja nur durch so einen glasigen Front so, und alles, was wir erahnen können, ist, dass er massiv entstellt ist. Es gab dann, irgendwann haben sie dann so eine Szene, als, weiß ich nicht, Cut-Content oder was auch immer, ja dann veröffentlicht, wo man dann so ein Gespräch zwischen den beiden sieht und man hat sich einfach nur gedacht, holy shit, sieht der Typ fertig aus. Also, der hat das ganze Gesicht vernarbt und es hat eigentlich nichts mehr von dem Showman-Joker, ähm, den man so kennt. Ähm, und ich hab einfach Angst davor, mir ist das alles so düster und so, dann kriegen wir jetzt noch eine Geschichte, wie er als Kind irgendwie, äh, schlecht misshandelt wurde oder so. Ja, also das, was wir gesehen haben von diesem Barry Keoghan-Joker, sah ja wirklich aus, als ob er mit dem Gesicht zuerst und danach mit seinen Fingern noch in den Fleischwolf gefallen ist, wo ich auch nichts klauen, also die Haare waren auch nur noch in irgendwelchen Patches auf seinem Kopf, ansonsten kahl, also wirklich wie jemand, der irgendwie, äh, Fleischwolf und danach in fast Säure und was das noch mit einem Clown oder, oder dem Comic-Joker zu tun hat, der sollte halt einfach aussehen, also zum Kotzen aussehen, so dass man diesen, also, wenn der Joker bei dem Design bleibt, ist es ein Joker, den du auch nirgendwo draufdrucken kannst, auf eine Cornflakes-Packung oder sowas, was noch bei dem Heath Ledger-Joker ging. Nee, wirklich, du kannst den ja niemandem zeigen, also, das ist wirklich so, wo, wenn mein Sohn den zufällig sieht, hat er dann bestimmt irgendwie drei Monate Albträume, und das ist halt, Aber das ist auch cool. Das ist cool. Das ist halt nicht cool. Das ist nicht cool. Der Joker muss nicht aussehen wie, äh, zwei Hälften, die, die hässliche Seite von Two-Face, aber irgendwie so mit Photoshop gespiegelt. Also, das ist nicht, das tut nicht Not. Ja, verstehe. Das tut nicht Not. Aber wäre es nicht interessant, also geht es ja jetzt nur um die, um die Optik, um die Figurdarstellung, also um die, um die Interpretation der Figur, äh, rein optischer Natur. Wir wissen ja gar nichts über den eigentlichen Charakter über den Ansatz, den Matt Reeves wählen würde, um diese Figur zu erzählen. Ja, also ich meine, wir wissen halt nur, was wir in dieser Cutscene gesehen haben, wo Batman dann im Endeffekt, äh, dem Joker so ein paar Leichenbilder zeigt von der Crime-Scene und der Joker so Hannibal Lecter-mäßig so, äh, das ist ja wie bei unserem ersten Treffen, äh, also, es ist schon der perverse Psychokiller-Joker. Ja, also, es ist ein perverser Psychokiller, der aussieht wie ein Zombie aus Walking Dead und das ist halt wirklich nicht die Version, die ich, wo ich, es ist wie das gesamte Matt Reeves-Universum, was ja einfach eine Extreme-Version vom Nolan-Verse ist, ist das jetzt halt eine Extreme-Version von dem Heath Ledger-Joker. So, so war der erste Eindruck zumindest. Wer weiß, was er daraus macht, aber es hat auf jeden Fall bei mir nicht den Wunsch geweckt und bei dir, Maurice, ja auch nicht, da auch nur noch zweieinhalb Stunden mehr, geschweige denn, vielleicht acht Stunden mehr, äh, davon mit diesem Charakter verbringen zu müssen. Aber gut, ich meine, okay, jetzt wolltet ihr den nicht und jetzt wollen wir den scheinbar nicht, weil es da Probleme gäbe und Themen und so, aber machen wir uns nichts vor, wenn jetzt wirklich The Penguin erfolgreich gewesen sein sollte und die Zahlen stimmen und der zweite Batman auch nicht unbedingt untergehen wird, dann werden wir irgendeine Form von weiterer Serie oder Film bekommen und ich frage mich schon ein bisschen, was für eine Serie könnte das sein? Ich hatte in der letzten Folge kurz über eine Killer Croc-Serie gesprochen, war so eine fixe Idee, aber so ganz abwegig fand ich die gar nicht, da unten in diesen, ja, einfach in den, in den, in den Annalen, in den Kanalisationen, genau in Old Gotham, warum eigentlich nicht? Das könnte auch relativ unabhängig von den sonstigen Geschehnissen erzählt werden, was da unten passiert. Was könntet ihr euch denn vorstellen, was so im Matt Reeves Universum noch ginge? Ja, es ist ja so eine Dexter, ja, das wird so eine Dexter Nummer, ne, also, letztendlich werden wir wahrscheinlich, äh, irgendwie die ganze Zeit wird damit gespielt, warum der Joker so ist, wie er ist, weil das ist ja auch in den Comics immer ein großes Mysterium, zumindest war es das eine sehr lange Zeit lang, in den Comics gibt's jetzt ein bisschen eine Antwort darauf, aber es gibt Leute, die wehren sich, äh, die zu akzeptieren, was ich verstehen kann, aber, ähm, es wird die ganze Zeit mitgespielt werden, warum sieht er so aus, wie er ist, und was ist mit ihm passiert, und, ähm, dass es dann halt so was wird, dass halt er halt super eklige Sachen analysieren muss, weil er es halt kann, weil er selber so ein Psychopath ist, und irgendwie, ja, also entweder wird's eine Serie, wo man sieht, wie er so geworden ist, und, äh, es wird super edgy, deluxe, oder es wird so was, wo er quasi irgendwie einen Nutzen für irgendwen hat, und am Ende nutzt er das alles, um noch mehr Chaos abzustiften, ach, keine Ahnung, ich, ähm, will das nicht, aber ich werde es natürlich trotzdem freudig mit euch besprechen, das ist natürlich klar, weil, ähm, ich bestimmt nochmal eingeladen werde. Da wären wir nämlich auch schon bei dem nächsten Thema, Jungs, bevor wir zu unserem Fazit zur Serie kommen werden, ich persönlich hatte sehr viel Spaß in den letzten acht Folgen, und hab mich mega gefreut, dass wir erneut die Gelegenheit hatten, auch vorab die Folgen zu sehen, und so immer ein Stück weit vorzuproduzieren, für euch und für uns, liebes Publikum, das macht es uns schon sehr angenehm, und ich hab ja schon grundsätzlich auch Bock, weitere DC-Serien hier zu besprechen, weshalb ich euch hiermit offiziell, einlade, falls es solche Serien geben sollte, was bei diesem jetzigen Tempo noch nicht genau weiß, also Realserien, ich kann da mir konkret jetzt auch mal die Green Lantern-Serie zum Beispiel vorstellen, die ja wahrscheinlich in irgendeiner Form kommen wird, ähm, könnte ich mir persönlich wieder ein Recap-Projekt vorstellen, ich möchte dazu herzlich einladen, ich würde mich freuen, wenn wir das realisiert bekämen. Ach, das ist, das fühlt sich an, als ob ich einen, äh, Legionsring von der Legion der Superhelden, äh, gerade überreicht kriege, das finde ich sehr, sehr schön. Ich will, äh, ja, also Tipp, Creature Commandos müssen wir noch besprechen, äh, wenn die kommt. Ist das eine Serie oder ein Film? Das ist eine Serie. Ach, das ist eine Serie, ich dachte, die ganze Zeit wäre so ein Standalone-Film. Aber, boah, Recaps weiß ich nicht, ob da Recaps was... Nein, das entscheiden wir jetzt eine Serie der Zeit. Wir können aber ein Pazit. Ein Pazit. Also Lanterns fände ich auf jeden Fall auch super, ähm, und, äh, ja, Reca-Commando können wir von mir auch gerne besprechen, äh, wenn wir da irgendwas vorab bekommen sollten. Äh, ja, fände ich auch cool. Ähm, und nochmal kurz zur Gotham-Serie, äh, weil du ja gefragt hattest, was könnte noch kommen im Matt Reeves-Universum. Also, sie werden ja wahrscheinlich Court of Owls im nächsten Batman-Film verwursten. Wenn nicht, wäre das eigentlich eine interessantere Sache für eine Serie. Weil ich finde halt, ich bin, ich bin auch einfach kein großer Court of Owls-Fan, aber ich könnte mir eine Serie vorstellen, die sich halt nur mit denen beschäftigt. Da kannst du dann halt ins Detail, das, den Background von Gotham und wie da irgendwie diese Court of Owls halt, Generationen, die Stadt unterwandern und da die Geschicke steuern und sowas. Das könnte man in der Serie wahrscheinlich sogar interessanter erzählen. Auch da mit minimalem Batman-Einfluss von Newhouse, ähm, als sie es in dem Film. Ähm, ja, ansonsten, Killer Croc, klar. Das ist der Weg, ja. Ja, Miga, dann ist der gekommen, der Moment, ähm, für unser persönliches Fazit zur, zu allen acht Folgen und dann können wir am Ende da gerne noch versuchen, Comic-Empfehlungen einzubauen, falls ihr, liebes Publikum, noch ein bisschen mehr zur Figur wissen wollt und ich drängel mich davor, weil ich ganz kurz und schmerzen es machen, das ist eine Serie, die hat mich sehr gut unterhalten. Ich finde, sie wurde immer etwas besser und ich wollte am Ende immer mehr noch wissen, wie die nächste Folge ist. Ich finde, man hätte die ersten drei Folgen am Stück veröffentlichen sollen, um da einfach noch einen größeren Hook zu haben, durch den Cliffhanger, der da im Raum steht. Und letztlich ist The Penguin eine, über weite Teile, eine sehr interessante Charakterstudie über eine Figur, die, obwohl sie Protagonist ist und damit immer tendenziell dazu dient, dass man sich mit ihr identifiziert und dass man da auch positive Aspekte sieht, uns im Ergebnis eine Figur präsentiert, die absolut verachtenswert ist. Ein Bösewicht, möchte man meinen. Wir haben hier Aspekte drin, wie die Frage, ob Anerkennung, in was für einer Form, auch immer, von wem auch immer, ob das schon als Motivation für böse Taten genügen kann. Das fand ich interessant. Und es ist auch diese Erkenntnis für mich, gerade im Laufe der letzten Folgen, dass Oswald Kopp, kein Koppelpott, ganz wichtig ist ja, dass der durch und durch ein Lügner ist und er belügt alles und jeden auch sich selbst. Das ist für mich eine ganz interessante Erkenntnis. Und ja, ich schließe mich auch absolut euch an, Jungs, das sind toll gespielte Figuren in tollen Szenen gewesen mit dem natürlich kleineren Budget, als es jetzt bei dem Film der Fall gewesen ist. Aber ich habe mich doch sehr gefreut, diese Serie gesehen zu haben und kann aber auch nochmal bestätigen und unterschreiben, dass die Zusammenhänge zum sonstigen Matt Reeves Batman Universum absolut irrelevant bis unnötig sind. Ihr solltet da, liebes Publikum, auf gar keinen Fall drauf warten. Und was ihr bekommt, ist wirklich nicht der Rede wert. Also zumindest, was diese Easter Eggs angeht. Und insofern, Fanservice mal ausgeklammert, gefällt mir die Serie sehr gut und ich bin gespannt, lieber Maurice, wie es aussieht mit deinem Fazit. Okay, ich überlasse kurz Heiko, weil ich will ja mal ein krasses Closing Statement machen, damit ich noch mehr, nachdem Heiko nämlich was Kluges sagt, wie ein Vollidioter. Ich habe gar nicht mehr so viel Kluges, dem hinzuzufügen, weil ich sehe es eigentlich genauso wie du, Andi. Das ist eine Serie, auf die ich mich im Vorfeld, ehrlich gesagt, nicht groß gefreut hatte, weil ich kein Riesenfan vom Matt Reeves The Batman war. Ich glaube, ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht weitergeguckt, wenn wir nicht den Podcast gemacht hätten, ganz ehrlich, nach den ersten zwei Folgen. Die fand ich nämlich nur wirklich mittelmäßig. Bin aber sehr froh, dass wir den Podcast gemacht haben, weil, wie du gesagt hast, die Serie hat einfach total zugelegt. Mit jeder Folge wurdest du besser. Das Finale fand ich eigentlich großartig. hatte sehr viel Spaß damit und ich finde die Serie, ich finde den Pinguin und viele von den Figuren, wie sie hier gezeichnet werden, fand ich spannender und auch unterhaltsamer als den Riddler in The Batman. Insgesamt finde ich die Serie auch als Gesamtwerk besser als The Batman, auch wenn The Batman insgesamt ein bisschen schöner ist und ja, offensichtlich mehr Budget hat, aber so vom Storytelling und von der Komplexität der Figuren, wie sie dargeboten werden, ist der Pinguin top. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt mache ich mich bereit, dass mein Mind geblown wird von Morises Closing Statement. Ja, also ich würde auch sagen, das war eine der besten letzten Folgen, die ich jemals in einer Serie erlebt habe. Ich habe oft das Problem nach Serien, dass ich gedacht habe, das hätte ich aber besser machen können, dieses typische vermessene Ego triefende Ding, das denkt, die können das alle nicht, Rey Skywalker, das ist doch voll dumm und hier war das so, nee, das ist für das, wie die Serie sich aufgebaut hat, ein Fitting End und das kann jetzt auch so bleiben. Also das fand ich halt so schön. Also man könnte das jetzt als Kapsel einfach nehmen und so lassen und jetzt kommt nämlich das Mindblown Ding, was ich sagen würde. Ich finde, die Pinguin-Serie und wenn wir auch sehen, wie wichtig multimediale Representation von unseren Lieblingscharakteren ist und wie die dann für Jahrzehnte wahrgenommen werden, sei es halt irgendwie, dass superlange Superheldenfilme als lächerlich wahrgenommen wurden, weil Batman Forever und Batman und Robin so bunte Superheldenfilme waren und dann halt immer so haha, voll homoerotisch, da sind Nippel auf dem Kostüm oder das Superman darf nicht lächeln, weil halt alle jetzt immer den Zack Snyder Superman sehen oder das Batman töten soll. jedes Werk, was Comic bezogen ist und was ein großes Publikum erreicht, wird die Wahrnehmung von einem Charakter für Jahrzehnte prägen, einsperren und halt auch leider daran hindern, fliegen zu können. Jetzt haben wir ja mit dem Pinguin einen Vogel, der ja eh nicht besonders hoch fliegen kann und ich finde, in den Comics habe ich mich ja schon mal drüber beschwert, dass er sehr oft einfach nur eine Punching Bag ist und letztendlich hat die Serie das geschafft, was sonst nur Batman the Animated Series hingekriegt hat und zwar hat sie den Charakter Pinguin wesentlich interessanter gemacht und letztendlich ist für mich die Serie The Penguin das Heart of Ice zum Pinguin. Also das, was halt Mr. Freeze, der nämlich jahrelang eigentlich einfach nur ein Typ war, der sehr gerne mit Eis geschossen hat, durch die Zeichentrickserie, durch einen Film erlebt hat und zwar eine Tragik und eine Komplexität in seinem Charakter, dass er eigentlich eine todkranke Frau einfach nur heilen will, die einzige Frau, die ihm jemals irgendeine Form von Aufmerksamkeit geschenkt hat und dass er dafür bereit ist, sein eigenes Leben zu opfern, nur damit sie wieder leben kann, um sie einmal nochmal lächeln zu sehen. Das haben wir, finde ich, hier beim Pinguin gekriegt, einen Charakter, der dafür stand in den Comics, dass man ihm nicht vertrauen kann und dass er immer an die Spitze will und Minderwertigkeitskomplex hat, zu einem emotional, tiefschürfenen Charakter, den man genauso sehr hassen kann, wie man ihn zwischendurch auch sympathisch findet und das macht was mit einem und insofern würde ich sagen, bin ich froh, dass es diese Pinguin-Serie gibt, weil sie wird halt den Pinguin für viele Jahre im Positiven beeinflussen und die Wahrnehmung zu ihm. Ende. Danke. Und wenn ihr, liebes Publikum, den Moment nutzen wollt, euch vielleicht ein bisschen mehr mit der Figur zu beschäftigen, von der wir jetzt hin und wieder schon erzählt haben, dass sie in den Comics auch anders präsentiert wird, der kriegt jetzt hier unfassbar viele Drops und Infos, Drops? Also Comics halt genannt, Comic-Empfehlungen. Ich weiß, ich habe diese folgende Reihe, nämlich Pinguin-Schmerz und Vorurteil. Die habe ich vor einer halben Ewigkeit mal gelesen. Die kam irgendwann in Deutschland raus und dann habe ich das getan. Die war, glaube ich, damals im Rahmen von den Batman-Sonderbänden irgendwie da und ich habe die als relativ gut und vor allem düster und schön in Erinnerung. Und damit war es das auch an konkreten Beispielen, die ich nennen kann, was mir wirklich gut gefallen hat, denn wie der Maurice schon sagte, so bei den New 52, womit ich ja grundsätzlich erstmal eingestiegen bin und danach einiges nachgeholt habe, da ist nicht so viel Geiles dabei gewesen. Aber Maurice, du hattest mehrfach jetzt schon auch von No Man's Land gesprochen. War der denn da geil, unser Pinguin? Genau, also auch da, um vielleicht ein paar Leute noch mehr abzuholen, wir haben schon mal, glaube ich, ein paar Male New 52 und einen anderen Snyder erwähnt. Es gibt nämlich auch in der Comic-Welt einen Snyder, zu dem ich auch eine kontroverse Haltung habe. Aber New 52 war damals von DC der Versuch, einfach Leute wieder abzuholen, weil Comics, weil einfach klar, ey, das ist schon Detective Comics, Ausgabe 899, muss ich jetzt erst die anderen 898 Comics lesen, um das irgendwie zu verstehen. Und da hat einfach DC rigoros ihre komplette Reihe, selbst Superman, der mit Action Comics die längst laufende Comics-Serie hatte, bei der Ausgabe 1 nochmal angefangen und gleichzeitig halt den Kreativen vermeintlich mehr Freiheit gegeben. Das heißt, ey, wenn ihr eine Geschichte für den Charakter erzählen wollt, die neu ist, aber die nicht zu der alten Kontinuität passt, scheiß drauf, weil das ist jetzt die neue Continuity. Und in diesem Rahmen hast du mir gerade schon eine Empfehlung vorweggenommen und die ist halt auch, dieses New 52 war sehr kontrovers, diese Initiative, weil man letztendlich fast 80 Jahre DC-Geschichte weggeschmissen hat, die sich immer wieder ein bisschen selbst korrigiert hat durch kleinere Reboots, aber hier war halt so, nichts mehr hat Sinn gemacht. Aber es hat halt auch das Gute, nämlich, dass Leute neu über Figuren nachgedacht haben und der Pinguin in No Man's Land ist halt der alte Pinguin. Das ist der, der halt wirklich im Wrack rumläuft und zwischendurch auch, wenn er lacht, so, ja, ja, macht wie so ein Pinguin und der hat halt in No Man's Land, das ist halt überhaupt nicht zu empfehlen als Einsteiger-Comic, weil es ein Crossover geht, der glaube ich über sechs dicke Bände geht, wo alle Mitglieder der Batman-Familie vorkommen, wo alle Superschurken des Bat-Universites kommen. Es ist eine geile Story, wenn man schon drin ist im Batman-Universum. Also, ist auch nicht so super geil, aber es ist halt schon eine gute Geschichte und da ist halt Pinguin einfach nur cooler als sonst, weil er halt eben sonst einfach nur die Iceberg-Launch hat und so als Informant gehandhabt wird. Aber, zurück zu deiner Empfehlung. Pinguin Pain and Prejudice ist halt, für zehn Euro könnt ihr euch das überall besorgen, eigentlich in Comic-Läden. Das ist halt einfach eine sehr düstere Entstehungsgeschichte vom Pinguin und auch da wird quasi die Liebe zu seiner Mutter nämlich ein großes Thema. Das ist halt mir damals sehr hängen geblieben und auch wie er als ein bisschen mit der Origin-Story, die man ja aus den Tim Burton-Filmen kennt, als Kind, was halt leider mit Geburtsdefekten zur Welt kommt, wie hart es ist, als Underdog sich nach oben zu kämpfen. Dann, meine nächste Empfehlung ist die Storyline Emperor Penguin. Das habe ich, glaube ich, auch mal hier erwähnt in dem Podcast. Und zwar geht es darum, wie der Pinguin schon an der Spitze ist, der Kriminalunterwelt und eine rechte Hand hat, die ja letztendlich wie Wick hochzieht. Doch was ist, wenn Pinguin auf jemanden trifft, der genauso wenig Rückgrat hat wie er und wenn er verraten wird? Und wie schafft es ein Pinguin, dem alles genommen wurde, wieder nach oben zu kommen? Das war eine Geschichte, die auch sehr gut einfach dargestellt hat, dass der Pinguin nicht einfach nur so ein Krimineller ist oder ein Mafia-Boss, sondern dass der, und das klingt vielleicht fast vermessen, auf einem Level, wie Bruce Wayne ein ganz klares Ziel hat und bereit ist, dafür alles zu tun, dass er da hinkommt. Also große Empfehlung, auch sehr nice Artworks für Leute, die sonst vielleicht nicht so auf Comics stehen. Und eine Geschichte, die irgendwie voll, die fast genau dasselbe ist, aber von einem anderen Autoren, ist, es gibt so eine Anthology-Reihe, One Bad Day, nennt die sich, geboren aus dem Killing-Joke-Comic, wo man viel über den Joker erfahren hat, damals in den 80ern, hat DC vor zwei Jahren oder so mehrere Einzelbände rausgebracht, wo jeder Charakter oder Bösewicht aus dem Batman-Universum, der wichtig ist, so ein One Bad Day hat. Und der Pinguin hatte einen sehr großen One Bad Day. Es ist eigentlich dieselbe Geschichte wie Emperor Penguin, aber abgeschlossener in sich und es braucht noch weniger Vorwissen und es ist halt auch, glaube ich, noch mal günstiger und leichter zu kriegen, weil das halt einfach gerade so erst rausgekommen ist. Und auch da geht es halt, das hat mich sehr an die Serie erinnert, das zu lesen oder umgekehrt. Also es geht nämlich darum, wie der Pinguin immer wieder von der einen Scheiße in die nächste kommt und wie er sich quasi, kennt ihr diese Leute, die auf YouTube nur so mit fünf Dollar sich dann irgendwann ein Haus kaufen, weil sie das immer abtraden und so eine Geschichte ist das. Also stellt euch vor, was ist, wenn der Pinguin nur noch 40 Dollar hat, glaube ich. Irgendwie so fängt es an. Und es ist eine ganz spannende Geschichte, die auch viel über Gotham zeigt und auch über Batman und ja, das waren zumindest auch meine Empfehlungen. Ich will jetzt gar nicht Heiko in die Scheiße reiten. Ich weiß, hast du noch irgendwas, was dir so hängen geblieben ist, was man so lesen muss? Aber gucken wahrscheinlich, ne? Nein. Keine Empfehlung. Außer, guckt doch mal wieder Batman Returns. Der Pinguin beißt jemanden in die Nase. Verrückt. Und es kommen Pinguine mit Raketen auf dem Rücken vor. Das ist auch nice. Und ein Schirm, in dem ein Mobile für Babys drin ist. Es ist ein richtig gutes Zeug. Also guckt den mal wieder. Der ist echt gut. Liebes Publikum, dann ist der Moment gekommen, wo wir uns von euch verabschieden und uns darauf freuen, euch zu treffen auf dem Community Hub. das Tele-Stammtisch, den ihr findet unter tele-stammtisch.de slash Discord. Dort kommt mal rum und schreibt mit uns über das große Finale von The Penguin. Eine Serie, zu der wir viel gesagt haben, jetzt seid ihr am Zug. Habt ihr die Comics gelesen? Habt ihr sie nicht gelesen? Wollt ihr sie jetzt lesen? Wo kriegt man sie besonders günstig? Wollt ihr sie verkaufen? All das sind Dinge, die würden uns total interessieren. Ich kann sagen, Batman, das lange Halloween, hätte es nicht so wahnsinnig viel mit der Serie zu tun gehabt. Jo, Maurice, vielen Dank. Heiko, auch dir vielen Dank. Ja, danke dir, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise. Ja, danke, dass du uns nicht erwürgt hast irgendwo an einem kleinen Fluss, sondern uns mitgenommen hast, hier in diesem Welt. Nur abgefüllt. Na, hat wirklich Spaß gemacht. Und hey, wollten wir nicht noch eine weitere Folge machen, wo wir über Batman andere Adaptionen sprechen? Fällt mir gerade ein. Das große, Batman andere Adaptionen Special. Das behalten wir auf jeden Fall im Kopf, wenn es da zu gegebener Zeit vielleicht auch einen aktuelleren Anlass für gibt, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir das machen. Da, liebes Publikum, auch da sagt doch mal gern, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Machen wir, behalten wir im Kopf und kommen wir auch garantiert wieder zusammen. Bis bald. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.